Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für eine neue Doppelfolge der Animus-Podcast. Es ist unfassbar. Wir sind wieder mittendrin im Gefecht zwischen Animus und Nizar. Diesmal geht es um einen möglichen Boxkampf zwischen Animus und Massiv, der ihn anscheinend zum Boxkampf herausgefordert hat. Und danach geht es um ein mögliches Rap-Battle gegen Lars. Digga, also ich muss jetzt sagen, bevor wir uns die zwei Folgen anhören, fände ich natürlich das hier deutlich interessanter, Digga. Weil, stellt euch mal vor, ein Lars auf dem Level von Fire in the Booth oder seinem Battle gegen Drop Dynamic in einem Live-Battle gegen Animus auf Hast du Bars-Niveau. Digga, das wäre doch Ende im Gelände, ja. Ja, stellt euch mal vor, drei Runden. Digga, das wäre Hip-Hops Comeback, Alter. Das wäre Hip-Hops Comeback. Und da kann es keinen Verlierer geben. Ich bin mal gespannt, je nachdem, was er in der zweiten Folge sagt, ob er daran ernsthaft Interesse hat. Könnte man da ja vielleicht auch mal ein bisschen versuchen zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob er Kontakt hat mit Lars. Ich habe ja mit beiden Kontakt. Wäre auf jeden Fall mega interessant, weil das ist schon so von den Lyricist-Battle-Rap-Dudes. Ja, ist schon Clash of the Titans, Alter. Aber erstmal geht es um einen möglichen Faustkampf gegen Massiv. Let's go. Was geht ab? Mein Name ist Animus, host ist der Animus-Podcast. Und wenn du dich für Trading interessierst, dann... Dann habe ich jetzt was für dich. Hose runter, zwei Glatzen reden Klartext. Der brandneue Podcast von meiner... Da wollte man ja eigentlich auch mal reinhören, ne? ...Zusammen mit Tarek Shibib, dem Middle-East-CEO von Capital.com. Eine der schnellsten... Das wird auch nie alt, ja? Das wird nie alt, Digga. Hose runter, zwei Glatzen spielen an sich rum. ...in Trading-Plattformen weltweit. Wir sprechen über spannende Themen aus der Trading- und Finanzwelt. Auf eine Art und Weise, dass sogar jemand, der vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat, sich einen Einblick verschaffen und im Idealfall sogar noch was lernen kann. Also, folgt dem Hose-Runter-Podcast auf allen Plattformen. Also, Hose runter, ja? Auf allen Plattformen. Hose runter. YouTube, Insta, TikTok, Spotify. Zieht die Hosen runter auf TikTok. Bei Amazon Music, Apple Podcast und, und, und. Passt auf euch auf, wir hören uns und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Na, aber erst kommt die Datte Haselnusscreme, oder Leute? Peace. Meine Damen und Herren, willkommen zurück zum Animus-Podcast mit meiner Wenigkeit und mit meinem guten Freund und Bruder, der niemals seine Brüder im Stich lässt. Das stimmt. Nie über sie lästert. Sie nie erniedrigt. Das klingt so, wie als ob das aufgenommen wurde, nachdem Nizar im Podcast mit Cheyenne Garcia die Deutschen gelästert hat über Animus, ja? Vor ein paar Tagen, echt, ja? Ach, krass. Ey, das finde ich aber nice. Ich finde das nice. Was sagt ihr? Ich finde das ganz nice eigentlich, dass er jetzt versucht, ein paar aktuelle Sachen auch noch mit einzustreuen. Das gibt dem Ganzen auf jeden Fall noch ein bisschen frischen Wind. Und ein bisschen Abwechslung auch, ja? Es ging mir jetzt ein bisschen zu viel um seine, äh, um seine Techte Mächte mit Bushido in teuren Suiten und in teuren Boutiquen. Gegen gewisse Gegenleistungen. Deswegen nice, oder? Und immer für sie da ist eigentlich so, wie ein richtiger... Nachdem er das von Massiv mitbekommen hat, hat er es aufgenommen. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen mit Massiv. Also Massiv hat ihn vor kurzem erst zum Boxkampf herausgefordert, oder was? Warum das denn, Digga? Nice. Und wenn er irgendwann über mich lästern würde, das würde mich sehr verletzen. Aber das macht er nicht. Weil er ein Bruder ist. Genau, ich mach mir nur Spaß. Genau, weil er mir viele Sachen anvertraut, die man wirklich nur Brüdern anvertraut. Und anders holt er genauso. Ich hab zu nehmen, glaub ich. Ich hab zu nehmen. Und... Seine Idee war es, dass wir diesen Podcast haben. Deswegen, meine Zuhörer, Zuschauer, bedankt euch bei diesem Gold-Menschen. Danke, Götz. Ach, Nizar hatte sogar die Idee von der Erstellung von der Animus-Podcast. Okay. Nizar, das Mastermind, das Genie. Hinter dem Erfolgskonzept, hinter dem Erfolgsformat der Animus-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. An meine Zuhörer, an dich, an alle, die in der Vergangenheit auch ihren Unmut geäußert haben, dass die Folgen zu kurz sind. Genau. Darauf will ich kurz eingehen, Freunde. Als ich diesen Podcast angefangen habe, war ich komplett neu in diesem Game. So, wir haben Folgen gemacht, die eine Stunde gingen. Ich hab die am Ende gesplittet. Einfach, weil am Anfang, ey, wenn ihr wüsstet, wie die Zahlen der ersten Podcast-Folgen aussahen. Das war ja nicht wie jetzt. Es war nicht monetarisiert. Ja, es war nicht monetarisiert. Das ist richtig, ne? Aber jetzt sind sie monetarisiert auf jeden Fall. Mit Mütze Glatze, mit der Datte Haselnusscreme und noch ein Nöcher. Aber ist ja auch legitim. Ich find's gut so. Ja, der junge Mann soll ja auch entlohnt werden hier für seine durchaus interessanten Geschichten, die ihr jetzt zu erzählen habt, ne? Jetzt, ihr Typen wollt ratten wie ich. Wir lütenst da. Und wir lüten. Rätten wie ich. So. Nichts war monetarisiert. Das heißt, die ersten zwei Monate, wo die Folgen liefen, gab's keine einzige Werbung. Deine Folgen sind zu lang. Äh, Scheiß, bei mir gibt's einiges, was zu lang ist. Und da war das Gefühl, ey, so eine 15-minütige Folge mit einem coolen Cliffhanger ist eine gute Sache. Jetzt mittlerweile ist Werbung drin und alles drum und dran. Und deswegen, ich liebe meine gesamte Podcast-Community. Wir werden die Folgen verlängern, ne? Und die Werbung wird aber an sich nicht, ähm, prozentual vermehren. Also die Werbung bleibt, wie sie jetzt ist. Nur die Folgen werden länger für euch. Dadurch habt ihr mehr Hörvergnügen. Und dadurch sind wir Nisa auch schneller los. Weil er hat sein Wort gegeben in diesem Podcast. Ja. Dass er bis quasi... Bis 2032. Ja, bis 2033 verpflichtet, hier seine Fragen zu stellen. Sehr viele lieben ihn. Und, ähm, wissen zu schätzen. Sehr viele Affen. Nein, es ist halt, die Leute lieben, dass du kritisch bist. Und manche sagen halt, boah, Animus erzählt von seinen Gefühlen. Und du nennst mich zum 270. Mal homosexuell und schwul. Und fragst, ob ich gerne mit irgendeinem Mann ins Bett gehen möchte. So. Was aber auch nicht schlimm ist. Deswegen. Genau. Es gibt einen Grund, warum du in Dubai und nicht in Katar bist. Ja. Das ist... Das war ganz gut, ey. Das ist natürlich... Ey. Ich finde, jeder Spieler sollte sich nach dem Tor auf den Mund küssen. So, so... Das finde ich auch. Ohne Scheiß. Ey. Was soll ich? Ich finde das nicht. Ja, wir wollen gar nicht, wir wollen gar nicht jetzt so viel darauf eingehen, Leute. Wir roasten uns, wir sind Brüder. Also, ich habe ja den Ausschnitt auch gezeigt aus diesem, äh, die deutschen Podcasts. Da haben auch manche geschrieben im Chat so, oh, ist ja voll fies und so weiter. Ja. Äh, nee. Ist es nicht. Das ist den hier, das ist den, sein Humor hier von Nizar. Also, das darf man nicht immer so eng sehen, ja. Also, heutzutage sind sehr, sehr viele Leute sehr nah am Wasser gebaut. Und manche sagen auch bei mir immer, oh, das ist so hart und das ist so edgy und bla, bla, bla. Du bist voll gemein, das ist voll Hate, ja. Das ist immer das Lustigste. Das ist immer das Lustigste. Wenn du dich über irgendwen lustig machst, und das vielleicht nicht auf super süß, sondern vielleicht auch mal ein bisschen, ja, mit Schmackes, ist immer gleich Hate, ja. Oh, dieser Hate, ja, was soll dieser Hate? Warum hatest du dies, warum hatest du das? Das ist kein Hater, ich kann ihm mal Hate zeigen, Junge. Wenn man richtig die Hate-Machine hier anwerfen, da werden aber manche geschockt. Ähm, ja, wir wollen gar nicht, wir wollen gar nicht jetzt so viel darauf eingehen, Leute. Wir roasten uns, wir sind Brüder, und wenn Nisar mich irgendwo anders roastet oder ich ihn roaste, dann ist das so, weil wir uns lieben. Und das ist doch gar nicht, was du sonst so sagst zu mir. Ja, das ist ja die Sache. Die wissen auch nicht, was du zu mir sagst. Ja, okay, aber... Hey, Dudy, was hörst du auf jemanden, die eine Dreiviertelhose als Becky? Hey, das ist hart. Die Dreiviertelhose als Becky Pence war schon nice. Hey, deswegen, nur Liebe und auch an Cheyenne Casino sehr viel Liebe und Respekt an ihn. Und, ähm, ja, ey, eine weitere Sache, die du ja, über die du dich lustig gemacht hast, abseits von deinen Brüdern, die dich lieben und wertschätzen, war Universum Boxing. Ja. Diese Veranstaltung. Und jüngst, ich glaube, vorgestern, hat Massiv mich zu einem Boxkampf, ich würde mal sagen, herausgefordert, ne, auf YouTube. Das haben mir viele Leute geschickt, ja. Er hat jetzt nicht gesagt, Animus, ich fordere dich. Hat das sogar auf YouTube hochgeladen, ja, echt? Digga, also ich glaube, Massiv, sein Kanal, der ist komplett aus meinem, äh, Algorithmus raus, Alter. Hab ich nicht mitbekommen, Leute. ...heraus, aber er hat gesagt, ich wäre bereit, mit Animus in den Ring zu steigen. Wenn die Gegebenheiten geboten werden, wie Sicherheit, vernünftige Gage, alles drum und dran. Ne, und ich nehme Massivs Angebot an. Echt? Moment. Ich nehme sein Angebot an. Man kann das auf zwei, zwei Arten sehen. Die eine Art ist, ey, du willst dich mit mir boxen, einfach nur wegen Männlichkeit, dann komm, wir treffen uns morgen, schlagen uns die Köpfe ein und fertig. Wenn du das aber als Business siehst, dann möchte ich etwas da hinzufügen. Und zwar, und es ist sehr gut, dass du mein Gesprächspartner bist, weil du bist A, Ausländer, du bist Kanake. Du bist... Deutscher. Du bist ein deutscher Kanake, so. Entgegen aller Behauptungen bist du auch Muslim. Team, so. Ne? Dann kommt hinzu, dass du... Dann kommt hinzu, dass du... Das ist so geil. ...dass du Box-Experte bist auch, was Boxen angeht. Und du bist Rap-Experte. So. Ja. Jetzt möchte ich dich was fragen. Diese Universum-Box-Fahn. Ich will nur was sagen. Ich will nur was sagen. Wo ich das sag mal. Was? Das kann doch niemals in Deutschland stattfinden, Digga. Da kommt doch Manuel Elsen direkt hin und fängt den ab. Ich muss mich absichern aneinander. Kein Bock auf Fahnenruf. Guck. Die Leute verwechseln das. Also erstmal denken... Komm aber vor das Mikrofon, genau. Ja. Erstmal denken, dass ich mit dir gemeinsam gegen andere schieße. Niemals. Oder den daten. Du verteidigst dir ja sogar noch. Das ist unser gemeinsamer... Also erstmal ist es dein Podcast. Ich bin nur Gast. Genau. Aber so wie du halt in Deutschland auch Dauergast bist, bist du halt hier auch Dauergast. Nicht geblieben. Genau. Ich gehe nicht mehr weg. Und meckerst auch noch. Und meckerst auch noch darüber, wo du bist. Und mecker, genau. Und ich bin immer hier. Ich bleib jetzt immer hier und mecker. Arnie muss der One-Punch-Man, ja. So. Dann, ich bin nur der Narrator, so gesehen. Ich stelle Fragen. Muss aber auch einen Partner. Kein Mensch. Wann, ich will nur was sagen. Ja. Ein Partner, den er seine Geschichte erzählt. Und wir wissen, dass Moussa vom anderen Ufer ist. Und ich bin einer der wenigen, der das schön findet. Der das zelebriert. Dass Moussa natürlich ein warmer Bruder ist. Und dann geselle ich mich gerne zu ihm. Und er kann seine Geschichte mir erzählen. Wen er... Ich habe mit diesen Leuten allen gekämpft. So was... Ich habe natürlich eine vorgefertigte Meinung. Aber hat dich jemand jetzt gesagt, ey Nisab, äh... Ey, wirklich mal. Ja, stellt euch das mal vor. Animus gegen Massive und dann Co-Main-Event. Manuel ist ein Bösemann. Bruder, ich glaube, also da würde ich auch sagen, da lohnt sich's mal. Ich würde aber auch behaupten, dass, äh... Dass man da auf jeden Fall 20 NGs hinstellen muss. Damit security-technisch da hier nicht komplett eine Massenschlägerei ausbricht, ja. Was ist los mit dir und so weiter? Mh... Kamen Sachen... Nee. Das ist problemisch für jetzt nicht zu sagen. Ja, es kamen schon, äh, gewisse Stimmen, ja. Ja. Aber die melden sich ja nicht bei mir. Aber nur kommentiert von dem immer Betrunkenen, ja, ja. Safe. Ihr seht's ja auch heute wieder, ey, der Digger hier, der Schnaps, der wird schon wieder zirkuliert hier. Sieht man das überhaupt? Wasser halt, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Mh... Die melden sich bei anderen Leuten, ne? Mh... Auf jeden Fall. Aber hast du das nicht erwartet, also als du mich gefragt hast, abgesehen davon, dass du nicht erwartet hättest, dass es so lang geht. Du dachtest halt, mein Leben ist so ein Schluck Wasser, der so in 20 Minuten erklärt ist. So. Aber dir war ja klar von Anfang an, ey, wenn wir tatsächlich Real Talk betreiben, wird es ja nicht jedem passen. Das ist, das sollte ja klar sein. Das macht ja auch den Charme aus. Nizar lebt in Deutschland, ne? Der lebt nicht in Dubai, glaub ich, ne? Du widerlegst, du hinterfragst alles, was ich sage. Du sagst auch oft, du bist im Unrecht. Du bestimmst mir auch in vielen Sachen nicht zu. Du bestimmst mir auch in vielen Sachen nicht zu. Du würdest ja auch niemals zulassen, entgegen mancher Behauptung, dass ich über Kinder herziehe von Leuten. Nein, nein. Oder Familien schlecht mache, was ja manche Leute... Und voll viele Leute, mit denen du, äh, mit denen du zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis hast. Ja. Mit denen habe ich ja ein Berufsverhältnis. Ja, weil du keinen Charakter hast. Für dich ist so einfach, wer korrekt zu dir ist. Das ist das Ding. Ja, genau. Das ist ja klar. Ich habe keinen Rückgang. So. Wollte ich noch was sagen? Was ich jetzt? Lass Nizar in Frieden. Wir haben noch ein paar Folgen zusammen. Nein, nein, nein. Wir haben noch ein paar Folgen zusammen. Lass dir in Frieden seine Frage stellen. Nein, die Leute... Er hat doch Angst. Komm nach Dubai, Bruder. Ja, klar. Ich habe voll angst. Versteck dich bei mir. Ja, ich habe so eine große Bettdecke, Bruder. Da passen wir beide rein. Nein. Was mich stört ist, ich will mich jetzt nicht mit denen vergleichen. Bevor die Leute... Ich weiß, ich bin ein Penner. Muss das ein Penner. Wir wollen uns nicht mit denen vergleichen. Aber... Wenn ihr zum Beispiel 50 Cent bei Jimmy Kimmel sitzt. Und er drückt Jarul ein, zwei Sprüche und dis Jarul. Dann wird doch niemals murdering oder Jarul hat nichts. Hat Jimmy Kimmel anrufen und sagen... Ey, das ist eh, was du gemacht hast. Naja, 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 naja. Flair hat ja bei Burak angerufen. Weil Belash bei Burak auf TV Straßensound rumgeladdert hat. Das ist nun mal bei den ein oder anderen Deutschrapper nicht auszuschließen, ja. Dass die da so sehr, sehr weirde Moves machen, ja. Und nicht nur angerufen, sondern den derartig bedroht und beleidigt, dass der die Polizei gerufen hat, ja. Wieso darf 50 bei dir in der Sendung so losreden? Die müssen das noch trennen, die Leute sind behindert. Vor allem, wenn Jimmy Kimmel 50 Cent 80 Mal gedisst hat in jeder Folge, so. Ja. Das ist Ego. Ich hab gemerkt, in der Rap-Szene herrschen sehr große Ego-Probleme. Ja, Bruder, das 100%. 100%, weil die dürfen 100 Interviews, 100 Statements, 100 Memes, 100 Beleidigungen, 100 Drohungen machen. Also hat Nizar hier, gibt er indirekt zu, ne. Anrufe bekommen, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch das allerletzte. Der müsste das rein theoretisch, müsste der Namen nennen. Ja. Der müsste rein theoretisch Namen nennen. Ich find das scheiße, dass er hier so ein, so ein Larifari macht, weil sowas gehört exposed, Alter. Ja, diese widerlichen Typen, die dann bei sowas versuchen, Druck zu machen, die gehören in der Öffentlichkeit entlarvt und gedemütigt und zur Schau gestellt und lächerlich gemacht. Herr Klairs wird zum Anwalt gerannt und gemacht und getan und Anrufe hintenrum und Leute versuchen mundtot gemacht zu werden und alles drum und dran. Aber das ist nichts Neues. Das weiß jeder, der sich in der Rapszene auskennt. Zurück zu Universum Boxing. Guck mal, Bruder. Die Veranstaltung ist in meinen Augen. Du darfst gerne sagen, wenn ich Unrecht habe. Die Veranstaltung ist eine absolute Schande für den Boxsport. Ja. Die Veranstaltung ist eine absolute Schande für Kanacken, weil alles, was ich an Kanacken hasse, ist im Publikum zu finden. Von Bordellbetreibern, Zuhältern, Drogendealern. Also man muss wirklich sagen, ja. Wenn du jetzt irgendwie so einen hast, der jetzt vielleicht mal so damit kokettiert, vielleicht mal für die AfD irgendwo ein Kreuz zu setzen, bei irgendeiner Wahl. Und der geht zu so einer Veranstaltung. Also ich glaube, nach der Veranstaltung ist das Kreuz aber wie in Stein gemeißelt, ja. Alter Schwede. Alter Schwede. Also was da für asoziale Leute da sich tummeln, ja. Und wie gesagt, Leute, die sowieso schon vielleicht da ein bisschen vorbehaftet sind oder schon ein bisschen scheiße beeinflusst wurden in irgendeiner Ecke auf der Ecke, die sind danach aber ja felsenfest hier, ja. Felsenfest im Extremismus verwandelt, Digga. Parteiwerbevideo eigentlich, ja, ja, stimmt, ne. Also an sich kannst du hier Universum Boxing Highlights kannst du nehmen. Kannst dann halt das Parteilogo drunter packen und das als Werbevideo machen, ja. Boah, Wahnsinn, ey. Weil die sich wenigstens benehmen würden, die benehmen sich da ja nicht. Wie der letzte Abschaum benehmen die sich, so, die sind alle da. Keiner kann Deutsch, nicht mal der Moderator. Das ist eine Schande für... Der Moderator schon, aber nicht der Veranstalter, ne. Der Veranstalter ist auch schon irgendwie ein spezieller Pflegefall, ne. Weiß nicht, Digga. Weiß nicht, Alter. Für Muslime, da wird Online-Casino-Werbung gemacht. Das ist jetzt bei dir und deinem Podcast-Partner nochmal. Ja, Online-Casino, Digga, das ist doch nichts Schlimmes, ja. Laut dem einen oder anderen Rapper. Das kann man doch vergleichen mit so Energydrinks, ja. Also ob jetzt Energydrinks oder Online-Casino, ist ja laut dem einen oder anderen Rapper das Gleiche. Deswegen, ja. Wird das hier maßlos übertrieben hier an der Stelle. Mal, aber für mich ist das so, ich würde niemals für... Ich würde ja niemals irgendwas mit Online-Casinos oder Alkohol oder sowas zu tun haben wollen. King. Und ganz ehrlich... Wohl Iraner bist. Ganz ehrlich, wir als Rapper machen uns auch klein, weil anstatt, dass wir ein geiles Rap-Battle veranstalten, ne, live, so auf einer Plattform, weil das unsere Kunst ist, gehen wir in ein Metier rein, boxen, wo wir alle scheiße aussehen am Ende des Tages. So richtig. Und wir haben ja... Ja, man kann nicht rappen. Deswegen machen die keine Chance. Stell dir mal vor, Mo Abdallah hätte ein Rap-Battle gemacht gegen einen anderen Profiboxer. Bruder. Jetzt mal im Ernst. So. Ja. Wir würden uns doch als Rapper denken, boah, Alter, was ist das denn? Und Sinan boxt für einen Rapper gut, aber für einen, der sich mit Boxen auskennt, Bruder. No Abdallah, nee. So. Es war zu erwarten. Jeder kann meine Insta-Story nachgucken. Ich habe gesagt, guck mal, Leute, es gibt einen Unterschied zwischen, ich boxe seit sechs Monaten, ich boxe seit zwei Jahren oder jemand hat bei Glory geboxt. Leute, das ist so, habt mal ein bisschen Respekt, abseits von allen Jokes und Memes und so weiter. Das ist eine respektable Leistung. Und auch der Rückkampf wird sehr schwer werden für Sinan. Also, dass da überhaupt noch geplant wird, einen Rückkampf zu machen, Digga. Der hat ihn doch, der hat mit ihm den Boden gewischt. Bruder. Der hat sich einfach nur ein bisschen Zeit gelassen, deswegen ging das über die erste Runde. Ey, so, Digga. Ja, ganz ehrlich, wie er schon sagt, hier Glory, Kampferfahrung, ja. Das ist doch wirklich Quatsch. Ja, wenn Geld stimmt, aber im Endeffekt, Digga, du hypest da wieder die Leute und im Endeffekt kriegen die zwei Minuten Kampf. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwer auf Sinan gewettet hat oder sowas, aber das ist natürlich größenwahnsinnig, ja. So, weil, guck mal, Sinan hat gut über mich geredet in diesem Video von vor zwei Tagen. Er ist jetzt auch gerade im Krankenhaus. Gute Besserung an dieser Stelle. Ne? Und dass er schnell auf die Beine kommt. Alles ist positiv. Rückkampf mit Bösemann kann ich auch verstehen. Safe, ja. Ey, absolut, Digga. Der Rückkampf mit Bösemann wäre ein legitimes Ding. Ja. Der Kampf mit Bösemann, der Kampf mit Bösemann, wann wurde der gestoppt? Vierte Runde oder sowas, ne? Auch wegen Fußverletzungen. Aber da muss man sagen, das ist irgendwo, kann man das noch verstehen, ja. Weil das sind zwei Rapper, das sind keine zwei Profis, Digga. Sechste Runde sogar. Ja, überleg mal. Ja, da haben wir schön, haben wir uns unterhalten gefühlt und alles drum und dran. Genau, Bösemann hat wenigstens eine Chance, Digga. Aber Sinan, Digga, der geht auch in der ersten Runde wieder dreimal zu Boden. Ja, und das ist jetzt gar nichts gegen Sinan, sondern einfach, da fehlt es an Erfahrung, da fehlt es an Skills. Ja, ist so. Wie Ani muss das hier schon sagen. Das ist so ein Unterschied, ob man zehn Jahre boxt oder zehn Monate. Aber es gibt einen Unterschied. Und das ist alles, was mich daran stört. Hinzu kommt das Universum Boxing. Die haben 13.000 Zuschauer dort gehabt. Die haben riesige Sponsoren. 13.000 Leute haben dort zugeschaut? Nicht euer Ernst, Digga. Also UFC hat auch meistens so 18.000 bis 20.000 oder sowas, ja. Was ist denn das, Alter? 13.000 Zuschauer für Mo Abdallah versus Sinan G. Das ist krass. Ich hätte vielleicht mit 5.000, 6.000 gerechnet. Das dachte ich schon. Da hätte ich schon gedacht, das wäre mehr. Der hätte schon gesagt, das ist zu viel. Und geben den Boxern, die da hinkommen am Ende, 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Lass es 100.000 Euro sein, die in Deutschland versteuert werden. Du machst die ganze Arbeit, du machst die ganze Arbeit. Keiner hat 100.000 Euro, kann man die machen. Okay, siehst du sogar unter 100.000 Euro. Zieh die Steuer davon ab. Sagen wir 70.000, 35.000 Euro. Dann, für die anderen Boxer interessiert sich dort keiner. Seien wir mal ehrlich. Oder ein minimaler Anteil, die da hingekommen sind. Aber wirklich minimal. Lass das mal 1% sein. So, das heißt Rapper, Künstler. Da gehen doch keine Boxsportfreunde hin. YouTuber, Influencer werden ausgenutzt, um diese Veranstaltung zu pushen und abserviert. Boxsport ist tot. Das kann man schon so sagen. Bis auf so Tyson Fury jetzt noch. Ist doch tot, Digga. Canelo noch natürlich. Aber das ist mehr so im Latin-Markt. Den kennt, glaube ich, in Deutschland auch keiner. Oder in Deutschland hat er jetzt hier nicht Millionen von Fans oder sowas. Und das war es auch. Also Boxen ist seit langem schon echt uninteressant geworden. Gerade wenn es halt nicht um Weltmeisterschaften geht. AJ Tyson Fury, Wilder vielleicht noch. Ey, hast du die Pay-Per-Views beim letzten Wilder-Kampf gesehen? Das war doch Katastrophe. Waren das nicht 75.000 Pay-Per-Views nur, die gekauft wurden? Lass mal schauen, Digga. Gegen wen hat der da nochmal gekämpft? Wilder Pay-Per-View Numbers. 75.000 Pay-Per-View Buys. Das ist nix. Ja. Gegen Hellenius, genau. Ja. Hier. Shocking Pay-Per-View Numbers for Wilder Hellenius reported. Ja. Also wie gesagt, ähm. Das sind große Kämpfe. Ja. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie kleine Talente oder aufstrebende Talente jetzt irgendwie mit einem schönen Publikum und mit dementsprechenden Gagen auch zu versorgen, musst du halt da irgendwelche YouTube-Spackos mit reinnehmen. Das war doch hier der Jalous und Yunus Amiri-Fight war doch hier noch mit drin, ne? Da hast du da noch ein paar Kenne-Kids noch mit angezogen von, ja? Die vielleicht die Jungs irgendwie auf TikTok feiern oder sonst sowas. Und man muss sagen, wenn es darum geht, ich hab die Wahl zwischen einem Boxkampf, der zwölf Runden geht, wo die sich die ganze Zeit so antatschen. Dann läuft man ein bisschen näher, läuft ein bisschen näher und es wird geklammert. Und es wird geklammert. Und es wird geklammert. Und es wird geklammert. Und, äh, loslassen. Und dann fight. Und dann wird nochmal der hier, nochmal der hier. Man kommt näher, man kommt näher. Und es wird wieder geklammert. Und es wird geklammert. Und es wird geklammert. Ob ich mir sowas reinziehe oder eine fucking UFC-Fight-Night, alles fast möglich ist, ja? Von Grappling bis Kicks bis Schläge. Dann, äh, ziehe ich aber UFC wohl deutlich vor, ja? Weil du mittlerweile dort auch die Stars hast. Du hast die dementsprechenden Charaktere mit Charisma, mit Hintergrundgeschichten, mit Fanbases. Du hast Beefs, die auch außerhalb des Oktagons, äh, die auch außerhalb des Oktagons sehr, sehr interessant sind. Ja, ich hab ja euch hier schon das eine oder andere Mal eine Fight-Cut mal vorgestellt. Und, äh, da haben auch viele gesagt im Chat so, ja? Ey, krass, äh, muss ich echt mal mir reinziehen? Ich bin nicht drin, aber jetzt vielleicht ein guter Moment, um reinzukommen, ne? Wenn Massiv Business machen möchte, weil für Massiv sind 70.000 Euro kein Geld, ohne jetzt blöd zu klingen, ne? Und für mich ist das auch kein Geld und schon gar nicht für fremde Taschen. Oh, sorry. Warte. Sorry, ihr Neureichen. Ich meine damit und schon gar nicht, um fremde Taschen vollzumachen. Das heißt, wenn Massiv Bock hat, mit mir in den Ring zu steigen, auf sportliche Art, wie er selber gesagt hat, ne? Sehr gerne. Aber lasst uns eine Veranstaltung machen. Am besten hier in Dubai. Ich wollte gerade sagen, ja? In Dubai, wo Manuelsen nicht ist. Hier ist es sicher. Hier ist die Security eine tatsächliche... Aber an sich hat er einen Punkt hier gerade, ja? Also, dass das so ausartet im Publikum wie in NRW, das wirst du in Dubai nicht sehen, Digga. Das wirst du in Dubai nicht sehen. Die haben, äh... Dort gibt es noch Respekt, ja? Vor Sicherheitsbeamten und Polizei vor allen Dingen, ja? Das wird eine top organisierte Veranstaltung mit top vorbereiteter Security. Security, die Leute haben Respekt vor den Autoritäten. Hier gibt es hunderte Locations, wo man Kameras aufstellen kann und ein Pay-Per-View-Event daraus machen kann. Keine Ahnung, die Zuschauer... Hm? Ja, aber das... Wie die einfach gesagt haben, hier bei Sinan und Bösemann haben welche am Ringrand geraucht, ja? Haben sich irgendwelche Canecks in Lederjacken hingestellt und geraucht, ja? Nice. Stand wahrscheinlich so ein kleiner Security daneben, hat sich so gedacht, hm. Soll ich die jetzt ansprechen oder habe ich eher keinen Bock, verprügelt zu werden, ja? Ich will, weil du willst, wie viele Leute, die da Interesse haben, einen massiven... Bro, das Interesse der... Guck mal, wie viele hunderttausend Leute haben den Kampf auf YouTube verfolgt. Vergiss Eintritt. Eintritt ist das Kleinste an diesem Event. Ich rede gar nicht von Eintritt, Bruder. Wenn hunderttausend Leute, zweihunderttausend Leute, und glaub mir, massiv durch Netflix und alles drum und dran, ist schon ein sehr bekannter, sehr bekannter Künstler in Deutschland. Er vertritt dieses, wenn der Mond in meinen Ghetto kracht, Prototyp-Kanake, ich bin, ich hasse Kanaken. F... Naja, man... Ich weiß nicht, Digga. Massiv, äh... Also wenn ihr sagt Netflix, meint ihr natürlich 4Blocks, ja? Aber, äh... Lieb natürlich nicht auf Netflix, soweit ich das weiß, jedenfalls. Ähm... Aber der Name Massiv ist trotzdem durch 4Blocks nicht so krass nach oben geschallert an Marktwert, wie ich mir das vorgestellt hätte. Auch sein Album, was dann damals kam, unweigerlich später nur, also nur so, nur unwesentlich später, ist auch nicht irgendwie komplett durch die Decke gegangen oder sowas, ja? Ich würde massiv nicht zur A-Liga der Rapper zählen, was Verkaufszahlen betrifft, was, äh, äh, kommerziellen Erfolg betrifft und alles drum und dran. Und auch seine Streams, ich weiß nicht, äh, ob da jetzt, äh, äh, so viel Interesse daran besteht. Ist das jetzt auch gar kein Front oder sowas? Ich rede jetzt einfach nur hier von, äh, klaren Fakten und Zahlen, ja? Deswegen glaube ich nicht, dass das so der krasse Publikumsmagnet wäre. Vor allen Dingen, weil Massiv ja jetzt auch niemand ist, der jetzt großartig Leute frontet. Der hat ja schon vor Jahren gesagt, er möchte keine Beleidigungen mehr an seinen Texten haben, was ich sehr, sehr löblich und sehr, sehr respektabel finde. Somit wird auch die mögliche Promo davor relativ nett von seiner Seite auslaufen, ja? Ja, Animus ist ein starker Texter, der ist auf jeden Fall auch gut gebaut, der wird auf jeden Fall schon gut vorbereitet sein, bla bla bla. Das würde keiner hören, wenn Rapper sich gegenseitig, äh, zum Boxkampf herausfordern, ja? Da will man hören, dass die sich, dass die sich an die Kehle wollen. Ja, das Massiv gut verdient, das will, das will ich gar nicht bezweifeln, ja? Das Massiv gut verdient, will ich gar nicht bezweifeln, aber es ist halt nicht durch, äh, Musik und durch seinen Celebrity-Status. Die Straße, so, du willst mir sagen, du schaffst keine 50.000 Leute zu finden, die 20 Euro für ein Pay-Per-View zahlen, um das online zu sehen? Wenn du vier bis sechs Monate Promo machst, mit allem drum und dran, dann hast du einen Umsatz generiert von einer Million Euro und diese eine Million Euro geht in deine Tasche. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht verstehe, dass Universum Boxing das for free auf YouTube streamt. Selbst irgendwelche Keck-YouTuber aus, äh, UK oder Amerika kriegen es hin, Pay-Per-View, äh, Boxing-Streams zu machen für 10 Dollar. Und ich glaube auch, der ein oder andere würde da bestimmt einen 10er für zahlen, ja, der, der zu Hause sitzt. Ich meine, für uns ist es gut, dass wir uns das einfach reinziehen können und ein bisschen ablachen können, aber, ähm, so aus geschäftlicher Sicht, würde ich sagen, könnte man eigentlich machen, ja, für einen 10er. Und wir haben noch gar nicht über Sponsoren und Werbung geredet, natürlich, ich würde niemals Casinos, Alkohol... Ja gut, das weiß ich halt nicht, ja, ob so diese Pay-Per-View-Kultur gibt es anscheinend nicht in Deutschland, ne? Bei euch ist ja auch UFC for free, jedenfalls, wenn man DAZN hat, ne? Ja, wir müssen hier für die UFC, äh, Hauptdinger, müssen wir immer 80 Dollar zahlen, Digga, ja. ... oder sonst irgendetwas in irgendeiner Form, äh, bei so einem Event haben wollen. Ich denke mal, massiv möchte das auch nicht. Natürlich, aber dann kann man darüber reden. Dann ist es... Geht sowieso nicht in Dubai, oder? Geht sowieso nicht in Dubai, oder? Wahrscheinlich nicht, genau, umso besser, weißt du, so. Hier wäre alles gegeben, aber zu sagen, ey, Musa, komm nach Oberhausen oder egal wo, in diese Arena mit diesen Kanaken und mach ein Box-Event für 30.000 Euro am Ende des Tages, ne? So, das funktioniert einfach nicht, da müssen wir ehrlich sein, so. Das hat nichts mit Kneifen zu tun, wie gesagt, jederzeit, wenn Massiv übermorgen in Dubai ist, der kann mich anrufen, wir können Kaffee trinken gehen, wir können, egal was er will, machen, so. Gar kein Problem, aber... Stimmt, ja, ja, Battle Rap, ne? Hier, Ditteli und so weiter, die haben immer so Pay-Per-Views. Äh, ja. Ja, die kommen dann so zwei Monate später erst for free, ne? Ja, gut. Können sie ja machen. Wenn es darum geht, bist... Man hört dich nicht, Bro. Du musst vor die Kamera betreuen. Wieso fordert dich Massiv überhaupt raus? Weil ich finde auch gar nicht, dass du so ein Bruch im Kanack bist. Also ich finde Massiv total... Bro, du musst bitte ins Mikrofon reden. So, du isst gerade Hähnchenschenkel und man hört... Das ist ja richtig asozial, ja? Da kommt er hin und frisst sich erstmal voll vor dem Mic, ja? Denkt sich, ja gut, ich höre nur zu hier. Nice. Hört dich nicht. So, also warum Massiv mich herausfordert? Ich denke, es ist aus... Die saßen gerade in der Rundrunde... Du isst gerade Hähnchenschenkel, ja? Kannst du dir richtig vorstellen, wie so seine ganze Fresse glänzt, ja? Vom Öl, alles schon voll triefen, das Fett hier. Hängst du die Fleischfetzen hier noch so drüber? Nice, Alter. Warum, weil... Guck mal. Nizar, bester Mann, ja. Ich bin jetzt nicht so da drin, ne? So ein Bauer, Alter. Ich will dir nur das Video erklären, dann kannst du es ja analysieren, weil du hast ja das Video tatsächlich nicht gesehen. So, die sitzen bei YouTube da. Bruce, Sinan und Massiv reden halt darüber, wer sind die nächsten Gegner von... Sinan und Sinan hat halt Bock, mit allen möglichen Leuten zu boxen, ne? Und vor ein paar Tagen hat Bruce schon mal ein Video hochgeladen, ja, Animus-Box-Kampf wäre krass. Und wenn Animus boxen würde und dies und das, er versucht mich da die ganze Zeit irgendwie reinzuziehen in diese Schiene, obwohl ich ja auch versuche, seit wirklich über einem Jahr mich fernzuhalten, einfach vernünftige, normale Sachen zu machen. Nichtsdestotrotz sagt dann irgendwann Massiv, oh, im Chat sagt einer, Animus gegen Massiv wäre interessant. Ja, mit dem würde ich in den Ring steigen. Dann haben die halt gesagt, oh, krass. Und dann meinte Sinan, guck mal, ich kenne Animus schon ein bisschen länger. Er wird auf jeden Fall die Eier haben, in den Ring zu steigen, so. Den Respekt hat er mir erwiesen. So, das weiß ich auch zu schätzen, weil er hätte auch einfach trollmäßig seine Sprüche klopfen können. So, es ist natürlich erstmal nichts Festes, Massiv hat sich nicht hingestellt. Stimmt, das ist dann aus Roos gegen Semine geworden, ja. Das war auch so krass, Alter, ja. Dass Semine einfach Roos rausgefordert hat, in einer Video-Ansage zum Box-Kampf. Oh, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Das war wilde Zeiten, Digga. ... und gesagt, Animus, ich fordere... Und ich muss ganz ehrlich sein, ja, nichts gegen Roosy, Baby, aber ich würde auf Semine setzen. Und zwar einen sehr großen Geldbetrag. ...dich heraus. Und er hat selber auch gesagt, Bro, Security, dies, das. Dann war ein Typ von DAZN mit drin. Und die haben irgendwie versucht, das über DAZN zu machen und so weiter. Was ja ein etablierter Sender ist. Gehe ich mal davon aus. Und deswegen, ich will den Leuten nur sagen, guck mal. Prinzipiell... Jetzt macht Semine Onlyfans, oder? Ja, ich glaube aber nur so Fußbilder. Ich meine, ey, ich habe da gar nichts dagegen. Ich habe ja auch eine Onlyfans. Aber da ist noch kein Content drauf. Betonung liegt auf noch. Ist das eine vernünftigere Sache? Als so eine Universum-Box-Veranstaltung oder Hinterhof-Keilerei oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr Business machen wollt, bin ich immer offen, mir das anzuhören. Lasst es uns vernünftig machen. Und lasst es uns vor allem besitzen. Lasst es uns ownen, das, was wir veranstalten. Lasst das nicht in fremde Hände geben. Oh, nein. Ja, wie sagt man das denn? Wie sagt man das? Wie sagt sie? Ja, lasst uns das besitzen. Lass es... Oh, nein. Die Aria-Krankheit, ja? Die Anglizismenkrankheit. Das zu unserem Business machen. Weil wenn das einmal funktioniert und du hast da Kameras aufgestellt, kannst du auch regelmäßig irgendwelche Influencer und Boxer und Rapper und hin und her da hinholen. Aber dann bleibt das Geld in unserer Tasche. So, man holt halale Werbepartner und in Dubai gibt es die besten Veranstalter. Es gibt krasse Geschäftsleute, es gibt krasse Sponsoren, es gibt Sicherheit. Hat er schon recht, Digga. Und Animus sagt ja immer, die krassen Connections dort auf jeden Fall. Stell das doch auf die Beine, Digga. Initiier das doch. Und wenn massiv nicht will, vielleicht will irgendwer anders. Ich denke mal, die Liste der Leute, die gerne mal Animus mit den Händen unsaft ins Gesicht fassen wollen, ist lang. Vielleicht hat auch einer die Eier dazu, das offiziell vor Kamera zu machen. In einem fairen Boxkampf natürlich. Weißt du, es ist so, alle Vorteile sprechen dafür. Und es ist steuerfrei, weil, Bruder, ich bin ja nicht aus Deutschland nach Dubai. Der steuerliche Aspekt ist auch gar nicht mal so dumm hier, ja? Ja, der Animus, der überlegt schon, wie ihr ihr Business macht. Ich bin dabei gegangen, um jetzt in Deutschland wieder Business zu machen. Da müsste ich da wieder mit dem Finanzamt zu tun haben und so. Das ist einfach unnötig. Das heißt, vom Ding her, vom Ding her, ja, ich finde Universum Boxing halt eine absolute Blamage. Das sage ich auch so. Und auch der Edmon, kennst du Edmon, den Ringlife? Ja, den kenne ich. Ich mag den sogar. Ich mag den auch. Der ist richtig sympathisch. Und der Arme, ich weiß nicht, woher, erst mal weiß ich nicht, was für ein Landsmann der ist. Ist der Albaner, Edmon, ich weiß nicht, was für ein Name das ist. Auf jeden Fall, der Bruder hat sich so aufgeregt über diese Veranstaltung. Der hat sich so aufgeregt über den Boxkampf von den TikTokern. Er hat sich so aufgeregt über das Benehmen der Kanakten. Er hat sich über alles so aufgeregt, dass ich mich frage, wo kommt der Bruder her? Ja, was soll ich noch sagen? Also, wo kommt der her, dass ihn das überrascht hat, dass bei so einer Veranstaltung, in so einer Halle, so ein Chaos herrscht? Guck mal, ich habe den Edmon, also ich kenne diesen Edmon, Ringlife, nicht persönlich? Genau, genau. Ich kenne ihn durch Mariano. Schönen Grüß an Mariano, Musas Vorbild, ja. MV Comedy. Falls ihr MV Comedy nicht kennt, das ist der Typ, für den Nizar bald Vorgruppe machen wird. Deswegen behaltet ihn im Auge. Du kleiner Schwanz. Und Mariano? Mariano hat auch sehr viel Ahnung vom Boxen, ne? Ja. Also, er hat richtig Ahnung. Du kannst mit ihm, weil das ist nicht einfach so ein dummer... Ringlife ist Armenier, ja. Schön für ihn, ja. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt so wichtig war, herauszufinden, was seine Nationalität ist. Ja, also, ob er jetzt Armenier ist oder Kurde oder Kennegg oder Deutscher, ja. Ich finde den, äh, unbeachtet seiner Nationalität, äh, unbeachtet seiner Nationalität sympathisch. Sonst kommt der, sagt, ja, Tyson ist der Beste aller Zeiten. So, weil er einfach nichts kennt außer Pressen. Da bricht sich Ahnung vom Boxen. Für dich ist Tyson nicht mal in den Top Ten der besten Boxer aller Zeiten? Nein, niemals. Auch nicht krank. Nicht der besten Heavyweight aller Zeiten? Top Ten? Ja. Ja, vielleicht neun. Top Fünf? Top Fünf? Ja, niemals. Wer sind deine Top Fünf Heavyweights? Nur damit die Leute, die Ahnung vom Boxen haben, wissen, dass du Ahnung vom Boxen hast. Oder schmeiß einfach, die müssen jetzt nicht perfekt sein, aber wer sind deine Top Fünf, die drin sein müssten? Mohamed Ali, George Foreman, Joe Lewis, Lennox Lewis. Wie viele haben wir? Vier. Danke geht's. Evander war im Cruiserweight sehr stark, hat alles abgeräumt. Dann nochmal Heavyweight, das ist schon, hm. Ich sag, guck mal, Tyson Fury's Karriere ist noch nicht vorbei, aber ich sag Evander. Okay. Sonst hättest du Tyson Fury mit reingenommen. Okay, alles klar. Ja, jedenfalls zurück zu Edmon. Er hat Ahnung vom Boxen, Mariano hat Ahnung vom Boxen. Und dann meinte er, guck dir den mal an. Er hat Ahnung gemacht, gute Breakdowns. Und dann hab ich diesen Edmon, zu welchem ich immer auf TikTok gesehen, der wurde mir angezeigt, weil ich hab ja eh das Gefühl, dass du beim Handy immer abgehört wirst. Jetzt ernsthaft, weil manchmal rede ich mit einem Kollegen über Fernseher und dann wird dir bei Facebook einfach so ein Fernseher angezeigt. Ja, kaufen Sie jetzt neu. Ja. Ist so, haben wir ja schon tausendmal drüber geredet, ja. Wo ich mir in der Bar saß, mir ein Blue Moon bestellt habe. Handy lag daneben, aber nicht an, ja, also nicht entsperrt oder sowas. Ich geh auf Instagram fünf Minuten später. Blue Moon Werbung. Follow Blue Moon on Instagram. Grußliches Fuck, Alter, ja. Ich möchte mich auch bei den Zuhörern entschuldigen. Nizar ist gerade Mettbrötchen, aber erzähl weiter. So. Und dann? Richtig schön Mettbrötchen, ja. Habt ihr, äh, ich muss so hängen. Hahahaha. Habt ihr, Edmund, ähm, wurde mir, weil ich viele Sachen bei TikTok auch vom Boxspot like, wurde mir öfters angezeigt. Ja. Dann hab ich so ein paar Breakdowns gesehen von Fights und der hat wirklich, wirklich arm. Das ist aber, warum ich jetzt so lange ausgeholt habe. Das wie du. Du holst auch immer lange aus und kommst nicht zu Punkt. Und vor allem musikalisch. Ähm. Ich frag mich, dieser Edmund, der hat richtig, der hat richtig Ahnung davon zu haben. Und es gab ja schon eine Universum-Veranstaltung. Also es gibt einen Referenzpunkt. Boah. Wie kannst du als jemand, wo ich sage, ey, der hat richtig Ahnung. Weil immer wenn ich Rapper oder YouTuber in Deutschland über den Boxspot reden höre, die haben keine Ahnung. Guck mal, MMA ist beliebt bei der Jugend. Da haben die Leute schon so ein bisschen Ahnung. Da gibt es mehrere Leute, die, man merkt, die, aber vom Boxen haben die Leute keine Ahnung. Die gucken Mike Tyson-Highlights und sagen, Mike Tyson war der Hammer. Und bevor Leute mich falsch verstehen. Ich will Mike Tyson nicht echt reden. Ich liebe selber Mike Tyson. Wenn ich ihn sehen würde, ich würde hinreden. Aber Mike Tyson ist für dich wie Habib im MMA so ein bisschen. Einen kurzen Run, aber einen krassen Run. Genau. Einen kurzen Run, krassen Run hat der da. Der weiß nicht, der für mich ist. Er nicht mal wie Habib. Obwohl, Habib wurde es ungeschlagen auch noch. Also, wie kann man denn Habib jetzt sagen, dass er einen kurzen Run hat oder sowas? Also, ich meine, klar, so Fame wurde der erst relativ spät am Ende seiner Karriere. Aber trotzdem, Digga, der ist 29.0. Ja, und hat dann retired und macht jetzt seine eigene MMA-Promotion und alles drum und dran. Also, viele Leute sagen, Habib ist the GOAT, ja. Of MMA. Also, GSP, Jon Jones, Habib. Ich glaube, die drei werden immer genannt. Und für jeden der drei gibt es nachvollziehbare Gründe, warum die genannt werden. Weißt du, wie für mich Mike Tyson ist? Auch wenn der Heavyweight Champion war, der ist für mich so wie Nate Diaz. Ja, Bruder. Hey, oh mein Gott. Warte doch mal, was ich dir erklären will. Er ist größer als seine Leistung. Guck mal, es gibt so gewisse ungeschriebene Regeln im Boxen. Wie viele gute Gegner hast du geschlagen? Wie viele Niederlagen hast du gerecht? Wann bist du jemals von einem, wann bist du mal als Underdog in den Kampf gegangen und hast ihn besiegt? Wann warst du mal dabei, den Kampf zu verlieren und hast das noch gedreht? Und so, und unter all diesen Gesichtspunkten. Gesichtspunkten, ja. Mike Tyson, leider schneidet er nicht gut ab. So, was ich aber sage, das sage ich. Vom Talent, das gottgegebene Talent, ist Mike Tyson der krasseste aller Zeiten. Aber nicht richtig trainiert, sich überschätzt, Gegner unterschätzt, nur gesoffen, gekokst mit Frauen. Jetzt fang ich wieder mit Buster Douglas an. Ja, genau. Oder wer gegen Buster Douglas verliert. In seiner Prime. Der kann nicht der Beste sein. Oder Buster Douglas hat 18 Tage später den Titel gegen Evander Holyfield verloren. Nachdem er den von Zeit 18, jetzt nicht 18 Tage, ist natürlich rhetorisch übertreibend. Buster Douglas ist bei den Annalen des Boxsports auf Platz 132 und hat Tyson Prime geschlagen. Ja, man könnte dann natürlich sagen, ja, er hat die krassesten Gegner nicht gehabt oder sowas. Also jetzt auch zum Beispiel bei Khabib. Bei Khabib ist ja so, der hat eine zu-Null-Bilanz, das hat ja Tyson nicht. Aber zum Beispiel so ein Floyd Mayweather hat, glaube ich, auch noch eine zu-Null-Bilanz gehabt. Da könnte man schon sagen, ja, du hast vielleicht nicht die krassesten Gegner gehabt bei Khabib. Aber wer hätte jetzt bei Khabib noch irgendwie eine Gefahr darstellen können, ja, während seinen letzten Jahren? Tony Ferguson in seiner Prime hätte ich gerne gesehen gegen Khabib. Das wäre richtig geil gewesen. Jetzt ist das natürlich, brauchst du das auch nicht mehr machen. Dann natürlich Charles Oliveira gegen Khabib. Und Volkanovski wäre noch geil gewesen. GSP wäre geil gewesen. Brock Lesnar, ja, der ist gefühlt 100 Kilo schwerer. Aber Khabib war schon krass, Digga, der hat Leute dominiert. Und auch bei dem Kampf gegen McGregor, Digga, hat er auch gezeigt, dass der nicht nur grappeln kann, sondern der hat ihn fast ausgenockt. Da war selbst McGregor überrascht, ja. Wenn er sich noch daran erinnert, sein Gesicht nach der Schelle, ja. Der war schon krass, Digga. Also das kann man nicht runterspielen. Okay. Das heißt, ich glaube halt, bei der ersten Universum-Box-Veranstaltung waren ja nur diese Allmann-Moderatoren, die sich so einfach lustig gemacht haben. Und dann dachten sich die Leute, was ja eigentlich ein schlauer Schachzug ist, der nächste Moderator, den wir nehmen, hat einen Bezug zur Jugend und hat Ahnung vom Boxsport, ist selber ein Boxer, kennt Rapper, kennt Straße, kennt dies, kennt das. Ich finde es halt nur, was heißt krass oder lustig, wie geschockt er war, dass das so eine Drecks-Veranstaltung wird. Weil Bruder, Stevie Wonder hat gesehen, dass das eine Drecks-Veranstaltung wird. Das ist so null überraschend. Ja, es hat so einen schmierigen Vibe, so dieses Universum-Boxing, oder Leute? Es wirkt nicht so wie so ein, also allein schon diese Pressekonferenzen, ja. Diese ersten Interviews, wo die da einfach auf irgendwelchen Holzstühlen an so einem Holztisch sitzen, da ihnen da so ganz billig so eine Plane aufgebaut, ja. Und dann dieser komische Dürre-Typ, der keinen gerade Satz rauskriegt, das Ganze dann moderiert. Denkst du, es gibt jemanden in diesem Raum, dessen Bildungsstand überhaupt schul ist? Ernst. Ich will nicht beleidigend sein, ich stelle diese Frage ernst. Denkst du, jemand war in dieser... Und der Moderator hat noch mal reingeschlossen, der einen Bildungsstand über Hauptschulabschluss hat? Ich bin sicher, einer war dabei, der so mitgegangen ist mit den anderen, kennst du? Ey, heute ist eine coole Veranstaltung. Und er wurde abgezogen dort, er wurde erniedrigt, er hat einen Stich kassiert, weil er so schief geguckt hat, so, keine Ahnung, Bruder. Genau, hat dein Freund. Bruder, ey, guck mal. Deswegen, Leute, diese, ich kann, ich kann, so eine Veranstaltung kann ich ja nicht unterstützen. Also, du als mein... Ich finde das nachvollziehbar, dass er das nicht möchte. Mein Freund, jetzt, du bist ja auch, wir sind alle Entertainment geil, Bruder, aber diese Veranstaltung und dieses Szenario... Das heißt, wenn ich morgen die Chance hätte, ja, wenn ich morgen die Chance hätte gegen einen Rapper, macht ein Rap-Battle auf einer Bühne, geil, die ist das live, wir präsentieren unsere Kunst. Bruder, ich hätte mies Bock. Ich bin am Start, lass mich gegen Lars Unlimited rappen, lass mich gegen egal wen rappen. Wenn ihr sagt, der ist der krasseste... Ich bin am Start, lass mich gegen Lars Unlimited rappen, weil ich als Box-Fan, ohne die Leute anzugreifen, ich bin selber schlicht. Bruder, wie soll das aussehen, wenn Massiv und ich boxen, Bruder? Also, jetzt blöd gesagt... Das wird beschissen aussehen. Also, wie lange... Massiv sagt, er hat zehn Jahre Wing Chun-Erfahrung. Das hat ja nichts zum Boxen zu tun. Das ist, ob ich sage, ich stehe in die UFC, ich habe zehn Jahre Dings erfahren. Genau. Und ich habe vor Jahren regelmäßiger geboxt und dann immer mal drei, vier Jahre Abstand, dann mal wieder hingegangen. Das heißt, ich bin realistisch genug, um zu wissen, Bruderherz. Genau, weil du auch geboxt wurdest. Das ist so. So, ich sage Bruderherz, wir sind zwei... So, wenigstens ist diesmal eins gegen eins, nicht eins gegen vier. Das ist schon mal gut. Okay, jedenfalls... Guck mal, man kann das gerne machen. Ich bin kein Kind von Traurigkeit. Und das ist für mich auf jeden Fall zwei Leute weniger als bei der letzten Schlägerei. Also, easy. Wir sind gleich groß, wir sind gleich schwer. Guter, kleiner, subtiler Frontier nochmal gegen Manuel. Alles cool. Wenn man daraus ein Business macht und wir verdienen jeder einen Arsch voll Geld, ist eine super Sache. Das Geld kannst du deiner Familie geben, das Geld kannst du spenden, das Geld... Du kannst alles machen, was du willst. Alles super. So, und wenn das auch noch in einem Umfeld ist, das safe ist und geregelt und so weiter, alles gut. Vom Kunstaspekt her bewegen wir uns immer weiter weg von Rap, immer weiter weg von unserer Profession. Und gehen immer weiter in andere Mütiers. Und das ist eigentlich etwas für Leute, die einfach dringend Geld brauchen. So habe ich... Das hat er sehr, sehr gut zusammengefasst. Warum sind denn so viele Rapper auf Twitch? Warum sind denn so viele Rapper bei solchen Aktionen hier dabei? Ja, oder sind open-minded for it? Weil es halt mit Rap an sich nicht mehr so läuft, wie sie sich das vorstellen. Also entweder gibt es Leute, die schon über ihren Zenit sind, kommerziell gesehen, oder es gibt Leute, die noch nie auf ihrem Zenit waren und einfach Side-Hustles machen müssen. Ich habe das Gefühl, Bruder, dass es so ein bisschen dieses... Oder Aufmerksamkeit. Oder Aufmerksamkeit brauchen und so weiter. Deswegen hat mich das überrascht, weil ich mir denke, Massiv ist ein Netflix-Star. Seine Rolle bei 4 Blocks war meine Lieblingsrolle, Latif. Richtig cool. So, er ist eine Deutschrap-Legende. Man kann ihn nicht aus der Hall of Fame von Deutschrap rausdenken. Er hat... Ist ja okay, ey, Osiris, ich habe das schon tausendmal gesagt. Es ist absolut okay, sich breit aufzustellen, ja. Sein Business auf unterschiedlichen Ebenen zu pushen, das mache ich ja auch. Ja, ich bin ja auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs. YouTube, Twitch, Onlyfans, ja, Patreon, Spotify mit meinem Smash-Hit-Bogota. Also, da sind wir auch schon gut aufgestellt, ja. Aber was Animus hier meint und wo ich ihm zustimme, ist, dass man sich immer mehr weg davon bewegt, was man eigentlich macht. Das heißt, man addet nicht Zeug zu seinem Rap-Shit, sondern man substituiert den Rap-Shit nach und nach mit anderem Zeug. Sag mal, du hast vielleicht irgendwie so, das ist so dein Karriere-Pensum und das ist 100% mit Rap gefüllt und irgendwann addest du so viel Zeug, dass nur noch ganz unten so 5% Rap übrig bleibt. Dann brauchst du dich auch nicht mehr Rapper nennen, ja. Dann nenne dich Influencer. Hat halt diesen Prototyp Kanaken-Rap auf die Karte gebracht, ne. So. Das weiß er auch und das, wir haben ja, bevor wir uns jetzt ein bisschen angezickt haben, haben wir hunderte Gespräche miteinander gehabt über all die Jahre und nur Liebe hin und her gegeben. Und daran soll sich auch nichts ändern, ne. Warum heiraten die nicht, wenn ihr euch so liebt. Er ist schon verheiratet, glaube ich. Das stimmt ja. Auf jeden Fall, wenn es jetzt darum geht, ey, lass uns ein Business daraus machen und einen sportlichen Wettkampf haben, kein Problem, Bruder, aber dann lass uns das nicht aus der Hand geben. Schon gar nicht bitte so eine Veranstaltung, so die stecken 90% des Geldes ein, die Boxer bekommen 10%, man ist in so einem Umfeld, wo, das sieht für niemand, und nicht zu niemandem gut aus, so. Wenn ihr also, oder die, wenn massiv davon überzeugt ist, ey, man könnte mit einer vernünftigen Promo, sechs Monate, weißt du, Promotion, Pay-Per-View Buys, dass man das kauft kann und so weiter. Am Ende sagen, ey, wir schaffen bestimmt, analysiert mal die YouTube-Videos, wie viele so Boxkämpfe gucken und so weiter. Man schafft am Ende 50.000 Pay-Per-Views zu machen, was eine Million ist und du brauchst für die Produktion davon, Ring, Kamera. Ich glaube nicht, dass der 50.000 Leute zusammenkriegt, die hier sich ein Pay-Per-View von Massivbox gegen Animus geben werden. Krass, Live-Schnitt und so weiter. Meint ihr, da kommen 50.000 Leute zusammen, zahlende Kunden 50.000, Alter? Da brauchst du, sagen wir, 100.000 Euro. So, dann ist für jeden 450.000 in die Tasche, ne, kein Problem. So, aber alles andere ist kein Business, alles andere ist sich ausnutzen lassen und dafür, bro, sind wir, denke ich, uns beide zu schade. Weil er hat auch nicht gesagt, ich kämpfe morgen bei Universum gegen Animus. Der hat schon gesagt, Bruder, das muss schon passen, aber ich wäre bereit. Und ich sag, wenn es passt, bin ich auch gerne bereit. Also guck mal, ich sag dir ehrlich, meine Meinung. So, zweite Folge, jetzt wird's detaillierter rund um Animus vs. Lars, ein mögliches Rap-Battle. Mein Name ist Animus, Hostess der Animus-Podcast. Und wenn du dich für Trading interessierst, dann... Also Trading mit Mütze Glatze, ja, verschwitzt in der Sauna, über Aktienkurse reden. Das ist auf jeden Fall hier noch drin, aber ich vermisse die Haselnuss-Dattel-Creme, ja, mit der man sich dann einreiben kann, verschwitzt. Dann habe ich jetzt was für dich. Hose runter, zwei Glatzen reden, Klartext. Hose runter, wenn du eine Glatze hast. Der brandneue Podcast von meiner wenig... Bück dich und zieh die Hose runter, du Glatzkopf. Zusammen mit Tarek... Ich würde dir gerne hinten ein bisschen Dattel-Haselnuss-Creme reinschappern. Shibib, dem Middle-East... Shibab... ... ist CEO von Capital.com, eine der schnellst wachsenden Trading-Plattformen weltweit. Wir sprechen über spannende Themen aus der Trading- und Finanzwelt. Hose runter, zwei Glatzen wichsen, alles weg, auch nicht schlecht. ... auf eine Art und Weise, dass sogar jemand, der vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat, sich einen Einblick verschaffen und im Idealfall sogar noch was lernen kann. Der erste Gast ist übrigens Johnny Sins, ja. Also, folgt dem Hose-Runter-Podcast auf allen Plattformen. YouTube, Insta, TikTok, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und, und, und. Passt auf euch auf, wir hören uns und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Peace. Ich finde... Ja, die Dattel-Haselnuss ist weg, ne? Weil eigentlich... Ich weiß, Bruder, ich weiß, es ist Ego. Ego redet gerade. Kennst du? Und ich hab ja... Ich versuch die letzten Monate... Also, du meinst erst mal... Ich versuch ja die letzten Monate und Jahre... Du bist ja wirklich mein Bruder seit, ich weiß nicht, über einem Jahr. Das heißt, du siehst ja auch, wenn ich mich im Privaten, was ich nicht nach außen zeige, ins Bessere entwickle. Und du kritisierst mich, wenn ich etwas falsch mache. So, und jetzt mach nicht wieder einen Homo-Spruch. Lass uns einmal in einer Sekunde ernst bleiben. Aber es war, der war da, der Homo-Spruch. Hör auf. Also. Ja, okay. Ich versuche, Ego wegzulassen. Weil, ich weiß ja auch, wohin das führen wird. Ja. Animus und massiv boxen miteinander. Der Nächste fordert mich raus. Der Nächste fordert massiv heraus. Der Nächste sagt, du hast Angst. Der Nächste sagt, Bruder, am Ende bist du nicht mehr Rapper. Kurze Frage zwischendurch. Kommen von dir noch Reactions auf Seven vs. White? Finde no Reactions zu den ersten drei Folgen auf YouTube von dir. Ne, die kommen nicht mehr auf YouTube, aber die werden auf Twitch hier, die ganz normal in den VODs sein. Ja, das heißt, da kann man sich noch reinziehen. Auf YouTube wurden die ersten drei, die wurden mehrmals gesperrt. Musste ich mehrmals nochmal nachbearbeiten, nochmal nachschneiden und so weiter. Kopfig, ja. Und auch nicht gut für den Algorithmus. Deswegen kein YouTube mehr an der Stelle für die. Du bist nicht mehr Podcaster, du bist geil. Du bist einfach nur ein Typ. So ein Promi-Boxer-Typ. So, kennst du? Nicht mal Promi, Bruder. So, wir sind auf dem Level. Mit wem willst du boxen auf einer Veranstaltung? Zwischen TikTokern und YouTubern. Das ist halt das Problem. Ich will nur nicht den Eindruck erwecken, ich würde mich nicht trauen. Was aber eigentlich auch einfach Ego ist. Kennst du so? Selbst wenn man sich nicht traut. Was ist dabei? Damit wurde ich auch viel gedisst. Übrigens mit meinem kennst du hier. Kennst du, kennst du, kennst du. So. Und auch von Leuten, die kein richtiges Deutsch können. Aber ist nicht schlimm. Kennst du? Guck mal. Es ist peinlich für den Boxsport, weil euer Boxkampf, sage ich dir jetzt mit Ansage, egal wie lange ihr trainiert. Ihr werdet vielleicht drei Runden hinlegen, die okay sind. Und dann werdet ihr schnaufen, ja, wie so Mastschweine. Ihr werdet klammern, ihr werdet schwingen. Das wird nicht cool aussehen. Das ist einfach web. Oder einer knickt um, wie bei den letzten Zweikämpfen, was auch passieren kann. Wenn du den Stand nicht drauf hast. Nein, ernst gemeint. Ja, ja. Es kann ja, es kann alles passieren. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich gehe rein, Kopfbewegung, zack, zack, zack. Arafat will ein eigenes Box-Event mit TikTokern und YouTubern machen. Hat der das nicht sogar schon? Hier mit diesem Fat-Comedy gegen, äh, na, Momo, ne, Bilal Gold. Das war doch, da war doch Arafat auch mit. Und ich glaube, Fridja war da auch mit am Start, ne? Nein, keine Arafat gehen, Leute gucken zu. Es geht um etwas, keiner will klein beigeben, so. Das ist schon keine einfache Sache. Top, danke für die Antwort. Aber vielleicht solltest du dem Orga-Team mal schreiben, dass es da Probleme bei dir mit den Reactions gab. Normalerweise sollte es ja da keine Probleme geben, lädt ja jeder ungestimmt hoch. Bro, also es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ja, ähm, und, äh, da jetzt extra dem Seven vs. Wild Orga-Team zu schreiben. Du darfst nicht vergessen, also, äh, bei mir ist es nicht so, dass das geklaamt wird durch Seven vs. Wild, sondern durch die Songs, die da drin verwendet werden, ja. Ähm, das heißt, wenn du, wie jeder große YouTuber, hier Knossi und, äh, noch und nöcher, in irgendwelchen Netzwerken bist, dann ist es meistens so, dass die Songs da mit beinhaltet sind, ne? Das heißt, du kannst die Songs in den Reactions drin lassen, ohne dass es gesperrt wird. Das ist der Vorteil bei so einem Netzwerk und übrigens auch der einzige, ja. Aber da scheiße ich natürlich drauf, dann lade ich es halt nicht hoch. Ja, ist auch kein Problem. Wie gesagt, auf Twitch ist es ja dann alles. So, und das ist eine Kunst. Boxen ist eine Kunst. So, und das kann ein Zeitmon, das kannst du, der sich seit Jahren damit beschäftigt. Und auch ich bin ja ein großer Kampfsport-Fan. Und ich sehe, ja, Bruder, wenn ich sehe, wie ein Boxer sich bewegt, das ist wie Musik, Bruder, die Füße, der Körper. Aber deswegen lieben wir ja Boxen. Wir lieben ja nicht Boxen. Ich weiß, mir mag da keiner glauben, aber ich denke wirklich, dass Animus, wenn er sich klug anstellt, auf einen neuen Höhepunkt kommen kann. Er hat viel Potenzial und entfaltet das endlich auch ganz arg. Ehrenhafter Erik ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, Digga. Bin ich bei dir. Ja. Ich glaube, wenn man jetzt mal Animus aktuell sympathieleveltechnisch vergleicht, mit einigen seiner ärgsten Kontrahenten steht er nicht am schlechtesten da, würde ich sagen. Du bist ja eh gerne auf Männerkörper. Ja, das kommt ja dazu. Dann hast du eine ganz andere Leidenschaft dafür. Wenn dieser Männerkörper sich bewegt und schwitzt. Dann sehe ich das. Nein. Guck mal, ich sage jetzt ehrlich, guck mal, ich mag, also, ich kenne ja, ich glaube, ich habe ihn zweimal gesehen. Neues Album würde ich mir geben. Na, da darf er mal abgesehen, Digga. Ja, ja, also, das Animus geile Mucke macht, das hat er schon oft bewiesen, ja. Das Beast Mode 4-Ding war halt ein bisschen cringe. Und auch Purpur, was wir uns ja hier gegeben haben, hatte überraschend starke Tracks drauf, ja. Das war bei weitem nicht so scheiße, wie wir gedacht haben, Digga. Ich habe den zweimal gesehen. Das ist ein scheiße, äh, komplett fehlgebrandet, das Ding, ne. Ein sehr netter Typ, unherzlicher Typ. Ein sehr netter Typ, deswegen, ich finde es auch irgendwie, ich finde es passt nicht zu ihm. Ja, es ist so out of character. Es ist unter seiner Würde. Es ist unter seiner Würde. Also, deswegen, ich würde mich für euch beide wünschen. Das wäre auch mal geil, ja. So, Rücken kämpft um Rapper. Ja, so, äh, so, keine Ahnung, so zwei Libanesen, ja, aus einer Clan-Familie kämpfen um Babasat. Babasat ist dann so, der steht auf so einem Podest, ja, so eingewickelt, ja, so. Ist natürlich die ganze Zeit am Niesen, weil er schnupfen hat. Und natürlich ist es so, dass der Verlierer Babasat kriegt, ja, weil es geht darum, wer ist Babasat endlich los. Der Gewinner muss nie wieder mit Babasat etwas zu tun haben, ja. Behalte du ihn, nein, behalte du ihn, nein, behalte du ihn, lass uns drum kämpfen, wer ihn behält. Zwei Sachen. Für die Liebe und den Respekt, ja, würde ich mir wünschen. Das ist wie beim Simpsons, Digga, ich glaube, das war eine der ersten Staffeln, Digga. Ja, da ist auch so, äh, Bart und Lisa, die kämpfen so im, äh, im Wohnzimmer. Ja, und, äh, Huma kommt so rein und sagt so, ey, 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 was ist hier los, hört sofort auf. Was macht ihr hier? Äh, Dad, wir streiten darum, äh, wer, wer dich mehr liebt. Oh, das ist aber süß. Ihr könnt ruhig weitermachen. Und dann kämpfen die halt, äh, streiten sich halt weiter, ja, so, du liebst den mehr. Nein, du liebst den mehr. Nein, du liebst den mehr. Dass hier eine schöne Diskussion führt. Über seine Ante, so, weil ihr seid beide nette Kerle, ne? Ja. Und man hat beide... Ich könnte ja auch sagen, zum Beispiel... Man hat einen... Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. So. Ähm... Ich habe Angst, dass du wieder irgendwas sagst, ihr könntet ein Kind zusammen machen oder irgendwas, was du den Faden verlierst. So, so. Ja, okay, ich wollte es machen, aber ich unterlasse es. Also, dass ihr entweder... Weil ich glaube, es wird ein schönes Gespräch und das wäre mal vorbildlich. Was soll man diese ganze Kacke mit schlagen, dissen und so, das? Oh, aber als Fan würde ich mir natürlich wünschen, was komplett gestorben ist durch die sozialen Medien, also, aber auch in Amerika. Das ist jetzt nicht ein deutsches Phänomen. Das hier gegeneinander rappt. Und ich rede nicht unbedingt nur vom Betteln, sondern zwei geilen... Ist das, guck mal, sieh, hat sich tausend Beefs damals geleistet. Ja, guck mal, Animus wollte das ja sogar machen. Guck mal, was... Was der eigentlich für einen Rap-Mind hat, ja? Das ist schon eigentlich, kann man sagen, ist schon geil. Denn was hat Animus laut seinen Schilderungen hier gemacht, nachdem er da von Manuel Elsen und seiner Entourage auf die Couch geschickt wurde? Er ist ins Studio und hat einen Disstrack fertig gemacht. Das ist Rap-Mentality. Das ist Rap-Mentality. Das ist nicht Straßen-Mentality, das ist nicht Mobber-Mentality, das ist nicht Goon-Mentality. Ja. Und dass der Disstrack da nicht rausgebracht wurde, lag daran, dass Azad gesagt hat, mhm... Nee, da werde ich auch zwei, dreimal positiv erwähnen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Laut Animus hier wieder, ja? Also, schade. Ich hätte ihn gern gehört, der hätte bestimmt gescheppert ohne Ende, Digga. Der hätte bestimmt gescheppert ohne Ende. Ja. Und Nisa hat vollkommen recht. Das fehlt in der Rap-Szene allgemein. Ja. Das liegt aber auch daran, dass die Rapper neben der reinen Rap-Musik jetzt ganz, ganz viele Outlets haben für ihre Statements, Äußerungen, Meinungen und ihre Fans sozusagen zu updaten zu gewissen Themen. Dann ist es halt leichter, dann ist es halt leichter auf Insta live zu gehen und den anderen zu beleidigen oder auf Twitch einen Stream anzumachen und den anderen zu fronten, als in die Boof zu gehen und das zu machen, was man doch eigentlich mal geliebt hat. Vielleicht gibt es wieder eine Rückentwicklung dahin, aber es ist halt auch schwer zu überlegen, was war denn der letzte geile Dist-Track? Was war der letzte richtig geile Dist-Track? Wo man auch wirklich sagen kann, das war ein Dist-Track gegen eine Person. In Deutschland. In Deutschland, ja. Die 7-Minuten-History von Asche, ja. Asche gegen Mois, ja. Dieser 7-Minuten-Block, der war krass. Aber was gab es denn danach noch? Wie alt ist denn No-Name? Ist No-Name älter als der Asche-Dings-Beef? No-Name ist doch älter, oder? Kalaschnikow-Flow 2 von Sadiq hatte auch seine starken Momente. Der war, glaube ich, von 2,20, ne? Flair hat es mir beigebracht. Von Lars war unfassbar genial. Aber ja doch, kann man schon als Dist-Track bezeichnen, ja. Lars. Flair hat es mir beigebracht. Letzter Dist-Track. Das war ein reiner Dist-Track. Gegen eine Person. Nein, Lila Pimp hatte Diss-Lines mit drin, aber das war ja nicht ein Kollegah-Diss. Ja. Also bis auf Lars, Flair hat es mir beigebracht, gab es das nicht. Silla gegen Spongeboss war auch krass, ja. Das war das Junkie-Rapper? Hieß das Junkie-Rapper? Ich glaube, Junkie-Rapper, ne? Lars war auf lustig. Ja, safe. Also, sowohl das Lars-Ding war auf lustig, als auch das Spongeboss-Ding war auf lustig, ja. Dass man mal so ein Gegner wieder so richtig schön ekelhaft beleidigt, das gab es länger nicht mehr. Da ist, glaube ich, das Asche-Ding gegen Mois das letzte Ding gewesen, ne? Mit PA gegen Tracks hin und her, mit Alpagun gegen Tracks hin und her, mit damals Schockmusik gegen Tracks hin und her. Die haben sich doch gedisst gegenseitig. Und das war das geile an Rap-Competition. Das würde, jetzt kann natürlich jemand sagen, Misa stiftet Unheil. Du sagst ja, anstatt sich zu boxen, was nichts mit unserer Kunst zu tun hat. So, plus, plus, jetzt werden natürlich, also jeder macht so einen geilen Track. Bruder, zwölf, dreizehn-Jährige werden jetzt sagen, Animus hat Angst. Nochmal, Leute. Bitte. Erstens, Massif hat mich, hat respektvoll einfach nur gesagt, ey, ich wäre bereit, mit ihm in den Ring zu steigen. Ich sage, ich bin bereit. So, bitte. Lass uns das kurz mal abhaken und erwachsen sein. Das sind natürlich die Gedanken. Wenn es um Business geht, lass das meiste rausholen. Das wird ein sportlicher Wettkampf. Fertig. So. Wenn es darum geht, die Kunst voranzutreiben, dann ist das eher kontraproduktiv. So, für uns beide. Und, ja, deswegen ist es gut, die Meinung von jemand Neutralem zu hören, wie Nisar, der halt nicht nur... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wer ernstzunehmender Rapper sein möchte, sollte nicht in den Ring steigen. Oder, Chat? Würdet ihr mir da zustimmen? Glaubt ihr ernsthaft, dass so ein Savas oder so ein Kolle in den Ring steigen wird und gegen irgendeinen Rapper dort in so einer Cringe-Veranstaltung boxen wird? Bruder, also habt doch ein bisschen, ja, Respekt für euch als Künstler. Nicht als Mensch, nicht als Person, ja, wie gesagt. Das ist für mich so, wie das Dschungelcamp. Du kriegst automatisch durch die Teilnahme bei so einem Format einen Trash-Stempel. Du bist kein seriöser Promi mehr, du bist ein Trash-Promi. Das ist nicht schlimm. Ja, absolut nicht schlimm. Aber einen Sinan oder einen Bösemann, aber einen Sinan oder einen Bösemann, die werden nie den Rap-Olymp besteigen. Ja, weil das halt so Jungs sind, die, äh, die, die Ansagen verbreiten, hochunterhaltsam, die in den Boxkampf steigen, die in den Boxring steigen. Respekt dafür, schon mal gesagt, an beide. Aber als Rapper werden die nie irgendwie weitreichend Respekt haben. das ist alles für die schnelle Mark. Und das sei denen auch gegönnt. Jeder einzelne Euro, den die damit verdient haben, ey, Bruder, hab da verdient mal zwei. Wie gesagt, man muss sich dafür, wie gesagt, man muss sich entscheiden, was man sein möchte. Möchte man so, so Trash-Formate mitnehmen oder möchte man das nicht? Und ich glaub, bei Animus ist es so, dass er das eher nicht möchte. Und das find ich okay. Und ich find, das bringt er auch glaubhaft rüber. Weil er hat jetzt hier schon zum wiederholten Mal gesagt, das bringt die Kunst nicht weiter. Und egal, wie cringe man den einen oder anderen Song von Animus finden mag, ihm ist seine Kunst sehr wichtig. Da sind wir uns, glaub ich, alle einig. Und er versteht sich auch als Künstler. Und nicht einfach als jemand, der aus einem Dropbox-Folder, 20 Beats rauspickt, dann da zwei Zwölfer draufschreibt und sich dann für einen Rap-Style hält. Wenn du Rap-Fan bist und dann halt auch die Szene beobachtet. Ja. Also ich find das wirklich nicht gut. Ich find auch, guck mal, ohne sich jetzt auf eine Seite zu schlagen, auch als Fan, wirklich als Fan von Rap-Musik. Ja. Ich weiß, dass bei euch zu viel kaputt ist, bei Dio und Manu. Ich weiß das. Aber ich weiß, dass Manu geil rappen kann. Und du auch. Und mein Traum als Fan ist, er hört auf, die ganze Zeit so live streamst, du sagst was im Podcast, er geht live. Ihr macht doch einfach geile Tracks. Also ich wünsche mir. Also da kann ich dich rösten. Ich hab den niekelhaftesten Manuelsen-Dist-Track, der auch noch rauskommt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, shit. Das ist doch mal die Erkenntnis des Tages, Digga. Oh, shit. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's ab. Mit Video aber. Richtig schön düsteres Video. Holy shit. Das ist jetzt, das steht, ja. Diese Zusage, dieses Versprechen. Und Animus hat viel gut zu machen. Seine übertriebenen Versprechungen von King Sonny Black. Härtester Track aller Zeiten. Drei Parts, Namen, Namen, Namen. Diesmal musst du abliefern, Kollege. Ey, aber damit, damit kann er sehr, 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 sehr krass seine Marke wieder nach oben pushen. Wenn das Ding scheppert, holy shit. Also hier News, der kommt schon raus. Ich will noch was sagen. Darauf kommen wir gleich hinzu. Guck mal, ich will jetzt so sagen, Leute sagen ja, der will hier Beef anzetteln. Nein. Nein, du sagst, bevor ihr euch abstecht oder bevor ihr aus eurer Kunst rausgeht. Stellt euch mal vor, jetzt einfach, jetzt am Freitag, ja, irgendwie 20 Uhr deutsche Zeit, auf einmal geht Premiere online. Auf einem neuen Animus Channel. Ja. Shit, Digga. In Boxen. Morgen kommt der nächste, lass Weidwurf machen. Morgen kommt der nächste, lass ringen. Was das, mein Traum ist als Fan. Lass Weidwerfen machen, das ist gut, ja. Hufeisen werfen, ja. Wer beim Hufeisen werfen gewinnt, ist der krassere Rapper offiziell. Ganze. Genau, mein Traum ist als Fan, wirklich, mein Traum ist als Fan, dass Manu, statt wieder, wenn er sich aufregt, einen Livestream zu machen, dass er morgens einfach so ein fünf Minuten Disstrack gegen dich raushaut. Weißt du, wie ich mich freuen würde? Ich schwöre. Shit, das ist wirklich... Und just for the record, ja, fände ich auch krass. Fände ich auch krass, wenn Manu Elsen einen Animus Disstrack macht. Ja. Weil auch das können scheppern. Ich so, jawohl, geil, so ein Disstrack beat, der rappt, beleidigt dich von irgendwas. Ja, aber die Leute wissen schon, die Leute wissen schon, die Leute wissen schon, warum sie keine Disstracks gegen mich machen. Ich glaube, das ist so, das wissen die schon, weil... Ja, aber glaubst du nicht, dass ein Manu so großes Künstler-Ego hat, Manu, jetzt, dass er sagt, nö, Rap-technisch kann ich das mit dem aufnehmen? Manu kennt mich seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, Bruder, er weiß genau, was ich drüber vorgehe. Hm? Man muss aber schon sagen, also bei den ein oder anderen Hass-Du-Bars-Folgen waren schon ekelhafte Disses dabei, ja? Also vor allen Dingen gegen Flair natürlich, ähm, aber auch zu Manu Elsen und zu Mois hat er sich da schon sehr, sehr hart geäußert, auch zu Roos, ja? Also der kann schon krass dissen, Digga. Der kann schon echt brutal dissen, also 10 von 10 Härtegrad, auch bei Heavy Metal Payback 2 hatte er ja den mit Abstand besten Part und auch da waren die Lines gegen Mois und gegen Manu Elsen waren gottlos hart. Alter Schwede! Das war, glaube ich, auch der härteste Part vom ganzen Album, oder? Muss man schon sagen, ey, muss man schon sagen, oder? Das ist so. Auch wenn man diesen Rosen kriegt. Nein, guck mal, ich will auch sagen zu den Leuten, die sagen, ey, der hat einen Livestream, der ist ausgerastet und du hast Anzeige gemacht und die sind das. Leute, guck mal, ich bin 6000 Kilometer von meiner Familie weg und das, was er in diesem Livestream gesagt hat, geht einfach zu weit. Du kannst gegen mich sagen, was du willst. Er ist guter Chino, danke für dein Team und Sub, 22 Minuten am Start. Der Animos, wie auf dem Heavy Metal Payback 2 Part als kompletter Disk gegen Manu, wäre Massaker. Das wäre echt Hardcore, Digga. Und der hat viel Wut im Bauch gegen ihn, natürlich auch begründet. Das muss man schon so sagen, Digga. Aber meine Eltern, die über 60 Jahre alt sind, die bedroht niemand und ich habe das vorher auch schon angekündigt und dann ist das auch kein Spaß. So, das heißt, diese Drohung, gerade von jemandem, den ich als so schwach einschätze, dass er schon mal mit Leuten gekommen ist, nehme ich absolut ernst und da ist mir scheißegal, was jemand sagt, weil wenn irgendwelche Leute zu Sinan oder Ruth seiner Mutter gegangen sind, als diese, Anschuldigungen waren und so weiter und die dann eine Gefährdenansprache. Ja, ja, da haben sie gesagt, sind sie. Ja, und in Telegram-Gruppen wurde die Adresse von der Mutter Die, ich ficke Shirins Mutter, nur damit sie einen Vater hat, Lein war, gottlos. Ja, aber da hat er sich dafür entschuldigt später, weil er die Umstände bei Shirin nicht wusste. Also es war, laut ihm war es Zufall, dass die Leinheit so gottlos hart gepanscht hat, ja. Er hat das nicht gewusst mit dem Vater. Mutter geleakt und so weiter und dann haben die auch eine Gefährdenansprache gekriegt, wahrscheinlich durch Roos oder Senanji, was ich 100% unterstütze. Und wenn der Typ sagt, du bist dort, deine Familie ist hier und so und so und ich hoffe, du bist bereit zu sterben, dann geht das einfach zu weit. Und das erlaube ich mir auch von niemand anderem. Ich will nur damit sagen, so, da könnt ihr auch sagen, du gehst zur Polizei und die sind da, ja, gehe ich, weil ich bin nicht hier, ich bin nicht da, um meine Familie zu beschützen und ich lasse meine Familie, die mit Musik nichts zu tun hat, nicht in diesen Rap-Zirkus mit einbeziehen und ich selber habe nicht ein schlechtes Wort über seine Familie gesagt, alles, was ich gesagt habe, war, seine Handlungen wirken sich auf seine Kinder aus. Und Nizar würde niemals zulassen, dass ich schlecht über seine Familie rede. Niemals. Würde ich nicht. Also erstmal machen wir es immer nett zu mir, ich mag den. So. Und, ich würde das nicht, und weil das asozial ist. Also, auch wenn ich ihn hassen würde, würde ich nicht zulassen. Mach man nicht, fertig, Kinder und so, also lass das raus. Also da muss ich natürlich sagen, da bin ich auf deiner Seite, du hast nichts über seine Kinder gesagt. Das hast du wirklich nicht. Bruder, niemals. Weil, weißt du, wo ich auch sage, nicht nur um dich zu verteidigen, auch um mich, weil wer bin ich, dass ich zulassen würde, ich würde ja nicht, genau, die Leute sagen ja auch, ey Nizar, warum sagst du nichts, wenn er schlecht über seine Familie wäre. Hä, Bruder, wir haben niemals. Und das, was damals gesagt wurde, haben wir auch erörtert. Schaut euch die vorherigen Folgen an, ganz ausführlich. Genau, und wenn man das ja zulassen würde, dann kann ich verstehen, wenn jemand sagt, okay, jetzt bist du Teil des Beefs. Genau. Ansonsten, genau, lass mal Nizar in Ruhe. So, aber du hast jetzt gerade darüber geredet. Ja, scheint er schon Anrufe bekommt zu mir, der Nizar, ne? Disstracks zu machen. Jeder deutsche Rapper, der Skills hat und so weiter, ist natürlich eingeladen, Disstracks zu machen. Nur ist das Problem, zum Beispiel zwischen Massiv und mir, ich hasse Massiv nicht, Bruder, okay? Und ich kann nur einen guten Disstrack schreiben, wenn ich diese Ebene gehe, die weh tut. Muss ich ehrlich sein. Wieso? Ich kann kein Funky, also ich rede jetzt nicht davon, dass man, Casey gegen Khatar war auch eklig, ja, safe. Disstrack war, boah. Boah, der war dreckig. Der war echt dreckig, Alter. Der war echt dreckig. Familie beleidigt, so meine ich das nicht. Nicht diese Ebene, wie ich jetzt zum Beispiel bei einem Flair oder so machen würde, wo mich das nicht interessiert. Ich meine damit, man sagt halt Sachen, um den anderen zu treffen. Ja, aber du kannst ja auch gegen, du hast ja selber gesagt, du würdest gegen Lars betteln und den hast du ja auch nicht. Ja, aber ich würde Sachen gegen Lars sagen bei einem Rap-Battle, wo die schon wehtun. Weißt du, das ist schon dieses, okay, es tut aber trotzdem weh. Und das meine ich damit, ich habe nicht diese Antipathie einem Massiv gegenüber, weil am Ende des Tages Massiv ist eine Geschichte. Er ist im Pirmasens groß geworden, ist freiwillig ins Ghetto nach Wedding gegangen, hat sich dort Clanschutz geholt, war zutätowiert, wurde angeschossen, hat irgendwann gesagt, ey, ich will keine Schimpfwörter mehr in meiner Musik, hat sich seine Tätowierungen weglasern lassen, ist immer noch in diesen Clanstrukturen, aber von ihm selber habe ich jetzt solche Sachen nicht gesehen. Das heißt, Massivs Entwicklung ist doch genau das, was ich versuche seit Jahren mich zu entwickeln, weg von Straße, weg von den Leuten, weg von meinen Sünden, hinzu, Regenbogen, Regenbogen-Rap jetzt, Alter. Dicker, das wird auch noch kommen, ja? Nein, also das heißt, ich applaudiere, Regenbogen-Rap-Sampler oder sowas. Ich applaudiere seine Entwicklung. Okay? So. Dass wir uns in die Haare gekriegt haben und er hat irgendwelche Sachen über mich gesagt und so weiter und ich habe darauf geantwortet und er hat halt gesagt, ey, du sagst, du hast Kanacken, aber ich liebe Kanacken. Ich muss, wenn ich sage, ich liebe Kanacken, nicht sagen, dass es auch Schlechte gibt. Dann sage ich, Bruder, wenn ich sage, ich hasse Kanacken, muss ich nicht sagen, dass es auch Gute gibt. So. Das heißt, er hat mich wegen meinen Bars kritisiert, das hat ihn gestört. Wir haben hin und her geschrieben, am Ende hat man sich alles Gute gewünscht, dann ist er nochmal live gegangen, hat 15 Minuten, obwohl es eigentlich geklärt war, über mich geredet und dann habe ich ihn nachgeäfft in einer der letzten Episoden. Das war auch die schlechteste, massiv-impression aller Zeiten. Das stimmt, ja. Der klang einfach wie A.H. Jetzt sind wir an diesem Punkt. Jetzt sind wir, du warst dabei, du hörst nur einfach keine der Podcast-Folgen. Ich hätte alles sagen können in diesen letzten Folgen. Ja, ich hätte das so. Auf jeden Fall. Ja, und dann hat er halt jetzt gesagt, ja, ich wäre bereit, in den Ring zu steigen mit Animos und alles gut. Also von mir, bitte macht es nicht. Rappt gegeneinander oder trefft euch und redet miteinander. Hast du Privatkontakt mit Massiv? Du hast Privatkontakt? Schreibt ihr ab und zu, hin und her, irgendwas? So, meine Süßen, ich würde sagen, während wir Animus und Nizar hier weiter lauschen. Oh, noch ein paar Liegestütze, oder was meint ihr? Ne? Der Alki wieder, genau. Ich bin schon voll besoffen. Also wieder hier, wirklich, also den Red Cup hier gottlos wieder in den, in den Schacht hier reingehämmert, Junge. Das ist der zwölfte Kappe übrigens jetzt gerade, ja? Purer Korn, Junge. Alter, bis zur Erblindung, Junge. Ne, ich nicht, nein. Okay. Ja, wie gesagt, also, ich habe kein, kein menschliches Problem mit Massiv. Ne, ich applaudiere seinen Weg. So, es ist ein Weg in eine gute Richtung, als ich damals noch selber in so komischen, ich will dir eine Massiv-Story erzählen, nur damit die Leute verstehen, wo ich massiv das erste Mal live getroffen habe. Guck mal, wie krass. Vor neun oder zehn Jahren, und jetzt hör auf, wieder irgendeinen Joke zu machen, vor neun oder zehn Jahren, hat Liquid Walker ein Musikvideo gedreht. Deutschrap-Kanake, Liquid Walker, dein Vorbild als MC. Hat, boah, ich konnte nicht, was? Ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Das ist deine Schuld. Das ist deine Schuld. Aber ich war ja das. Das lag so auf der Zunge. So wie wenn die ganze Welt so wäre. Es ist halt ähnlich. Einfach, man roastet sich so. Ich wusste nicht. Ja, es ist ähnlich wie dein Lieblingsgetränk. Deswegen, guck mal. Dein Vorbild als MC. Das ist so geil. Auf jeden Fall. Nein, nur Liebe. Liquid Walker, super Typ. So, hatte einen Videodreh, hat gesagt, ey, Deutschrap-Kanake heißt das, ich hätte gern für die dritte Strophe dich und massiv im Video. Und ich war zu der Zeit in Berlin. Und dann meinte er, ich gebe massiv deine Nummer, glaube ich, und er meldet sich bei dir und dann könnt ihr zum Videodreh kommen. Ich sage, okay. Und dann hat mich massiv damals angerufen und hat gesagt, Bruder, wo soll ich dich abholen? Und guck mal, was für ein dummer Kanake ich damals war. Ohne Scham, sage ich zu ihm einfach, ja, ohne Scham, sage ich zu ihm einfach, ja, hol mich doch bei der Spielbank ab. Casino in Berlin. Weißt du, was er zu mir sagt, nachdem er zehn Jahre in Berlin lebt, zu dem Zeitpunkt schon? Ja. Und dafür liebe ich ihn, weil das so, er sagt einfach, wo ist das, Bruder? Und das ist die größte Spielbank in Berlin. Und massiv wusste nicht mal, wo das ist, was wahrscheinlich jeder Kanake, der eine Woche in Berlin ist, weiß, wo die Spielbank Berlin gegenüber von diesem Hyatt Hotel ist, kennt jeder. So. Und da muss man sagen, er war damals schon, Bruder, lass uns gerne einen Song machen, aber keine Schimpfwörter, aber dies, aber das. Deswegen, ich applaudiere seinen Weg, er hat mich herausgefordert, zu etwas, was mit unserer Kunst nichts zu tun hat, damit wir uns prügeln für die Kids da draußen und so, damit der Pöbel was zum Belächeln hat. Bro, wenn du es als Business siehst, lass uns das beste Business daraus machen. Wenn du es aber nur siehst, um mich konfrontieren zu wollen, können wir uns auch auf anderer Ebene, weißt du, konfrontieren in einem Gespräch. Man könnte zum Beispiel einen Call machen, den kann er auf seinem Highlight-Kanal als Video hochladen und die Unterhaltung nehme ich für meinen Podcast. Weißt du, da hat jeder was davon. Jeder hat seine Community, kriegt den Talk mit. Ich finde auch, ihr solltet reden. Ich finde auch, ihr solltet reden. Ich meine nur damit. Aber jetzt kommen wir, ich überwarte, bevor wir, wir haben uns ja wieder verheddert. Ja, aber es ist wenigstens was Aktuelles, wo man kurz reinschneiden kann. Ja, da heul nicht rum. Reinschneiden kennst du ja von deinen Borderline-Days, aber erzähl. Boah, das ist wild. Das ist so, das ist so hässlich. Der war echt gottlos, ja. Das ist richtig. Das geht so an die Substanz. Oh mein Gott. Man ist so ein bisschen verletzt. Guck, ich möchte nur zwei Punkte aufgreifen als Fan, nicht als Stressmacher. Ja. Hier, guck mal, alles was du sagst im Podcast, weil du so einen großen Wasserkopf hast, geht dir eh rum durch die ganzen Dot-Trap-Medien. Stehst du zur Aussage, was du gerade gesagt hast, dass du gegen Lars ein Rap-Battle machen würdest, so wie diese, so ein A Cappella-Rap-Battle. Drei Runde. Wenn die Gegebenheiten gegeben sind, ja, Bruder, natürlich. Boah, das wäre so geil, Digga. Ja, aber was für Gegebenheiten? Du willst, dass jeder zu dir nach Dubai fliegt. Was ist das denn? Nee, ich will zu Universum Boxing und im Boxing machen wir ein Rap-Battle oder was? Zwischen 500.000 Ja gut, das sind aber nicht die einzigen beiden Optionen, entweder das oder das, ja, also ich verstehe Niesers Punkt hier schon. Aber was wäre verkehrt? Dann lass sagen wir machen eine Deutschrap-Veranstaltung in Köln, Hamburg, was weiß ich. Ungern, Bruder, weil auch, was wenn für Schutz gesorgt wird? Also richtigen Schutz. Oder Security ist nicht irgendwelche nachhergeraufenen. Wer soll Security machen? Bruder, bitte. Guck mal. Und? Über Zoom, genau. Danke, Gils. Heftig gesehen, komm nach Dubai, hier ist das Geld, hier sind die Veranstalter, hier sind die Sponsoren, hier ist die Sicherheit, hier ist alles. Er braucht sich auch keine Sorgen zu machen. Ich glaube, er hat genauso wenig Bock darauf. Aber Bruder, das ist nicht ein bisschen ignorant. Alle müssen zu mir nach Dubai. Warum alle, Bruder? Ich, guck mal, es geht auch um Steuern und so weiter. Ich will da nicht mal in Deutschland Geld verdienen, Bruder. Wenn wir 100.000 Euro kriegen und ich rappe in Deutschland, muss ich 50.000 der Steuer geben. Hä? Okay, aber dann muss der Lars auch eingeflogen werden. Das fände ich dann cool, weißt du? Wenn Animus sagt, okay, ich stelle hier den Platz, ich mache die Veranstaltung, aber dann natürlich auch Lars einfliegen lassen, First Class, geile Unterkunft und alles drum dran, geile Gage. Also da sollte dann Lars auch nicht selber noch irgendwie reinbuttern müssen. Ja? Ich finde, das wäre nice. Lassen wir das mal, dass wir da nicht auf einen Weg nachkommen. Rein von der Kunst, guck mal, Lars wird das eh nicht annehmen. Lars wird das nicht annehmen. Glaub ich. Wo willst du es wissen? Der ist doch ein Battle MC. Ja, ich weiß. Ganz ehrlich, Lars gegen Animus, drei Runden nach Capella. Ja. Ich weiß nicht, wie ich mich das angucken würde. Das wäre geil. Und, noch was. Open Air in Dubai. Auf so einer Open Air Bühne mit diesen ganzen Skyscrapern von Dubai im Hintergrund, Alter. Boah. Bruder, das wäre fat. Das wäre epic, ist sein Vater, ja? Ja, ich weiß. Was für angucken, ich wäre dabei. Ich weiß. Ja. Oh, bitte. Okay. Guck mich schon wie Don King jetzt hat. Siehst du, gute Chancen, weil du hast nie eine Acapella Rap Battle gemacht. Das ist immer noch eine. FBFCB, hast vollkommen recht, ja? Da muss man auch so eingekaufte Fans haben, wie bei der WM in Katar, ja? Hast du dann so 50 Inder und Pakistanis, die mit diesem Purpur-Shirt rumlaufen, ja? Digga, wäre das gut, ja? Eine eigene Kunstform. Ja, was machst du so einen auf Arrogant? Antworten. Ich mache, ich mache keinen auf Arrogant, Bruder. Du kennst meine Skills. Und du hast alles. Agrans, danke für deinen Twitch-Problem-Sub. 29 Minuten am Start. Was ist los? Ihr macht doch nur mit den Hype-Train an, jetzt zu spät in der Stunde. Ja, danke schön, Leute. Ein bisschen zurück, ja? Skills. Und du hast Arrogant von Rap. Nee, brutal. King. Aber ich sage, Battle Rap lebt viel von Theatralik. Performance, dann das Durchhaltevermögen. Und meine Bass. Und meine Dings. Ja. Und guck mal, guck mal. Meine Bass. Betonung. On Point. Delivery. Das A Cappella bei eurem Podcast, was viral gegangen ist. Diese ganzen Sachen, Bruder, das waren ja 20 Prozent. Wenn ich mich hinsetzen würde und Lars zu meinem Beruf mache, ne? Aber das muss schon mit Publikum sein. Ich lese ja auch gerade im Chat dieses Cynic Mighty Ding bei Farid. Das war wack. Ja, also nicht das Battle. Mighty hat ja Cynic komplett rasiert mit drei sehr, sehr starken Parts. Aber vom Feeling her, von der Atmosphäre her, war das nicht so nice. Geil. Weil die Sachen, weil die Sachen, die er über mich sagt, weil die Sachen, mach einfach was Vernünftiges und Lars, mach einfach was Vernünftiges und dann her geht. Und nimm dieses. Und dann ist halt auch die Frage, das würde ich halt aber dann weglassen, weil so machen das auch die Army Battles, Battle Rapper. Ich will wieder eine Jury haben. Genau. Keine Jury, keine Judges. Kein, kein Voting. Gar nichts. Fertig. Du kommst da hin. Oder vergiss das Publikum auch. Wer hat dann mehr Leute wert, Sympathie, Antipathie? Nein, nein, nein. Ich rede nicht davon, dass das Publikum da dann einen Sieger kürt, sondern jeder für sich selber zu Hause sagt, ey, ich finde der. Genau. Fertig. Und jeder Part wird viral gehen und jede Bar wird wehtun. Oh Gott. Hey Lars, du musst allein aus deiner MC-Ähre musst du eigentlich das machen. Ja. Da kann dann Bushido auch zuschauen. Ja, da gibt es dann so eine VIP-Lounge. Wenn das dann so live da ist, aber da gibt es dann so eine Chill-Out-Area, so eine VIP-Lounge. Da kann dann Bushido Storys machen, ja. Links von ihm Oliver Pocher, sein neuer bester Freund und rechts von ihm Prinz Markus von Anhalt, sein neuer zweitbester Freund, ne? Ja, Bruder. Wie gesagt, das ist halt eine Sache, die würde ich gerne machen, ne? Das hat mit unserer Kunst zu tun und, ähm, ich würde auch nicht gerne mit Lars Unlimited boxen oder... Ey, aber Realtalk, ich glaube, wenn das stattfinden würde, so wie ich es gerade gesagt habe, hier mit einem krassen Event und alles drum dran, würde ich, glaube ich, hinfliegen. Ringen oder, äh... Nein, was ist das denn? Ölringen, türkisches Ölringen. Ja, türkisches Ölringen. Mit diesen Hosen, wo die so in die Hose greifen. Genau. So. Ja. Auch wenn ich die Figur wahrscheinlich eher für Ölringen hätte, als für so andere... Weißt du, was für Kraft diese Ölringen haben? Oder bei mir ist doch das Problem... Digga, das ist ganz bizarr, ja? Kennt ihr das, ja? Mit diesen in die Hose greifen und alles. Dem anderen so, so in die Hose an den Arschlangen und alles. Denkst du, wo ist denn hier gelandet, Junge? Ich hab doch so Körperbehaarung, wo er sich festhalten kann, aber er ist ja glatt wie ein Aal, Bruder. Er hat ja gar... Lars hat ja gar keine Haare, Bruder. Er flutscht doch überall. So. Jedenfalls... Und ein anderes... Ja? Er bringt es mal... Nee, sag nur aus Rap-MC-Sicht. Dass Disstracks kommen werden jetzt, dass ich gegen Manuelsen mal einen Disstrack raushauen werde, das wird bestimmt kommen. Was heißt hier bestimmt? Du hast gesagt 100%, ja. Jetzt hier nicht schon wieder rückrudern hier. Nicht wieder zurückrudern jetzt hier, bitte. Da hab ich jetzt... Hast du einen Disstrack im Petto gegen Manuelsen? Kein Disstrack, der anfängt und aufhört. Ich hab... Bruder, er ist eine sehr leichte Zielscheibe. Ich würd grad sagen, also wenn... Ich glaub, kaum ein Disstrack lässt sich so leicht schreiben wie einer gegen Manuelsen. Aber auch einer gegen Animus. Und bei Lars gibt's auch große Angriffsfläche für dieses Rap-Battle, ja? Man könnte ja komplett so dieses Scheme aufbauen. Im Sinne von Lars ist der... der Laufbursche von Shirin David, ja? Ja, ne Frau hat bei dir die Hosen an, ja? So, so toxisch-maskulin-mäßig. Ja, oder ein Flair-Disstrack, der schreibt sich auch sehr, sehr leicht. Ja, das stimmt. Auch Riesen-Angriffsfläche. So, für Bars, ne? Ähm, deswegen. Also wenn ich wieder anfange zu rappen, kriegt er auf jeden Fall was ab. Dann kriegt er auch Flair was ab. Und die, 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 äh... typischen Verdächtigen so, ne? Und das ist ja das kleinste Problem. Deswegen, was ich... Es zweifelt ja auch keiner an meinen Rap-Skills. So, ein A-Cappella-Battle... Man zweifelt an dir, man zweifelt an deiner Menschlichkeit. Genau, meine Menschlichkeit, genau. Aber was einfach nur Menschenverstand ist, das zu tun. Auf jeden Fall, das ist halt die Sache, wo ich mir denke, ey, das würde die Kunst voranbringen. Aber aus geschäftlicher Sicht macht Deutschland von vornherein keinen Sinn für keinen, Bruder. Und, warte, Lars ist bei Shireen unter Vertrag. Shireen David, zu der kommen wir auch noch. Und Shireen und Taban sind oft in Dubai, kennen hier sehr viele Leute. Das heißt, es ist auch nicht so, dass die in fremdes Territorium kommen. Kennst du so? Überhaupt nicht. Boah, Lars, Lars, Animus, das könnte so... Geil ausleuchten, geile Mikrofone und dann wird rasiert. Genau, fertig. So. Darf ich, ey, wie soll ich sagen? Ich bin so Fan davon, ohne Spaß. Ich würde das moderieren. Würdest du? Ja, gerne sogar. Aber nicht so wie jetzt und dann lässt das so wieder bei deinem anderen Podcast. Ja, Musa lässt mich nicht in Ruhe. Nein, weil ich bin Hip-Hop-Fan. Und das hat ja nichts mit diesem Schmutz, der in dieser Welle mitkommt. Ich würde das moderieren. Ich wäre in der Mitte und ich würde das moderieren. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, heute ist es so. Und ich sage ja mit Absicht Lars Unlimited, weil er in den Augen der Leute der krasseste A Cappella-Bass-Rapper ist. Das wäre eine Nummer. Ey, bitte, Sponsoren und so meldet euch. Das muss man doch hinbekommen. Ja, es muss man hinbekommen. Es ist auf jeden Fall realistisch. Es ist nicht unmöglich. Aber man muss es anfangen. Ja, es gibt immer viele Leute, die haben so geile Ideen, aber keiner wagt sich dann auch wirklich mal so, sich einen Plan zu machen und dann auch wirklich auch mal Attacke. Ja. Dann auch wirklich mal machen. Dann wirklich mal auch einen Batzen Geld in die Hand nehmen. Oder Sponsoren an Land ziehen, mit denen man so etwas bewerkstelligen kann, Businessplan aufbauen und so weiter. Ja. Der Anfang ist halt schwer. Aber wenn du dann irgendwann mal aufgestellt bist und das Ganze halt langsam seinen Lauf nimmt, dann ist es irgendwann auch nur noch ein Selbstläufer. Ja. Ja, ich kann das nicht organisieren. Ich habe kaum noch Zeit für mich selbst hier. Deswegen. Da muss erst noch ein bisschen Optimierung in meinem Tagesablauf herrschen. Bevor ich mich neuen Projekten widmen kann, ja. Ja, das würde ich was sagen. Soll ich dir ehrlich meine Meinung sagen? Hm. Jetzt ernsthaft. Nicht, weil ich jetzt das irgendwie so anfeiern will, auch wenn ich es mir wünsche. Du sagst, ich weiß. Nee, ich glaube sogar Last wird das anliegen. Ich glaube nicht, dass er sagt, ich mache das nicht. Ich glaube für ihn als Competition. Warum soll ich sagen? Warum? Weil es ist nicht, du bist ja nicht einer dieser Gegner aus der Street-Rap-Kanackenschokolade. Nein, Bruder, wenn der hier ist. Du weißt, wir gehen essen. Nein, Bruder, ich hab doch. Ich hab keine Freunde. Das ist mein einziger Freund in der Street. Wer soll dich anrufen? Wer soll dich anrufen, Bruder? Im Gegenteil. Also, und er weiß, und er weiß auch, dass du human genug bist, dass wenn du jetzt verlieren würdest, dass du ihn dann nicht draußen angreifst, körperlich oder so. Nein. Das ist ein richtig auf MC-Ebene. Ja, und wir würden Eckpfeiler festlegen. Keiner rappt jetzt. Nein, auch einfach menschlich. Bruder, okay, keiner rappt. Ich vergewaltige deine Mutter oder dein Kind oder so ein Quatsch, wo du jemand halt so, ne, man macht so ein paar vernünftige, so unbeteiligte Geschichten und der Rest ist einfach MC gegen MC. So, und auch an Lars, Bruderherz. Guck mal. Ich glaube aber, die Chancen, dass das stattfinden wird, sind sehr gering. Weil Lars ist momentan in einer super Position. Ich glaube, bei Shirin David verdient er deutlich mehr als bei Bushido und nochmal deutlich mehr als bei Flair oder als Backup-Rapper bei Cool Savas. Der hat einen krassen Glow-Up jetzt bekommen, ja, so vom Look her. Hat ein cooles Feier in the Booth rausgeschallert, hat einen super coolen Flair-Disc-Track rausgehauen. Und hoffentlich arbeitet der jetzt im Verborgenen schon an seinem Solo-Album, was dann mit der Reichweite von Shirin David und Shindy noch zusätzlich gepumpt werden kann. Und dann vielleicht auch zu einem kommerziellen Erfolg führen kann. Da passt so ein Animus Lars Rap Battle in Dubai nicht so wirklich in den Zwölf-Monats-Plan jetzt hier. Deswegen glaube ich ja nicht, dass das stattfindet. Du bist ein guter Schreiber. Du wurdest oft enttäuscht. Wir sollen dich anrufen, ich habe gar keine Freunde. Ich habe hier keine Freunde. Das heißt, Lars wurde auch oft enttäuscht und für seine Skills ausgenutzt. Das ist etwas, womit ich mich hier auch identifizieren kann. So, wenn er Bock hat und ich will ihn auch nicht prescheln. Stimmt, beide auch so ein bisschen verheizt und gebrannt magt und enttäuscht auf jeden Fall. Ich kann auch nicht sagen, Lars hat Angst, er nimmt das sowieso nicht an. Alles gut, Bruder. So, wenn er Bock hätte, ich würde mich freuen, weil das ist Kunst. Das ist so geil. Das bringt die Kunst auf die nächste Ebene. Genau, dass Kiddies sich davon inspiriert fühlen. Das ist Rap. Genau, und dann könnte man auch die richtigen Sponsoren finden, die richtigen Sponsoren. Ich glaube, ich moderiere das. Nicht irgendein Casino-Dreck oder sonst irgendwas, sondern wir nehmen geile Plattformen, vielleicht Musikvertrieb. Feiere ich auch, dass er direkt sagt, ich würde Casino-Sponsorings nicht annehmen. Starkes Statement hier auf jeden Fall, weil die zahlen sehr, sehr gut. Aber es gibt halt noch Leute, die einen moralischen Kompass haben, wo nicht nur Geld an erster Stelle steht. Ich will als Sponsor kommen, eine Audio-Firma. Kennst du so Sachen? Einfach coole Sponsoren, die mit Musik und Deutschrap zu tun haben, das voranbringen wollen. Das ist halt die Sache. Ich würde gerne Rap voranbringen. Das ist mein Secret. Ich sehe mich als... Hat eine gute Beziehung zu Bushido. ...guten Rapper. Und ich sehe Lars Unlimited als sehr guten Rapper. Und er braucht sich auch keine Sorgen machen. Ich glaube, er weiß, er kann sich vorstellen, dass ich ein normaler Typ bin. Wir können essen gehen, sei mein Gast. Alles respektvoll. Danach, nach dem Battle, gibt man sich die Hand. TikTok wird explodieren. YouTube wird explodieren. Die werden Ausschnitte daraus machen, aus dem Rap-Battle, wie er mich rasiert, wie ich ihn rasiere. Das wäre eine Riesensache für Deutschrap. So. Die kann man gerne voranbringen. Weißt du, ich meine, alles andere ist so Ego. Alles andere ist Ego. Ja, ich würde so machen. Ich würde so machen. Dann, morgen verletzt sich massiv. Dann sagt der Nächste, ja, dann will ich mit ihm kämpfen. Dann sagt der Zweite, ja, ich will mit ihm kämpfen. Ey, okay, wir kämpfen nicht, boxen. MMA. Nein, nach MMA. Wir ringen. Bärnackel. Bärnackel. Der andere sagt, nein, nur mit einer Hand hinter dem Rücken. Der andere sagt, nein, so. Es hat mit allem zu tun, außer mit Rap, außer mit Kunst, außer mit dem, weshalb wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, wo wir gekommen sind. So. Ja. Ja. Gut. Dann an die Zuhörer. Wir entschuldigen uns. Ja, ich verabschiede mich erst mal. Nichts vor, wir gehen so weiter. Okay, bis dann. Peace. Okay. Jetzt haben die ja fast eine Stunde über zwei mögliche Sachen geredet, die stattfinden könnten. Also rein hypothetisch hier ein bisschen rumgesponnen. Boxkampf gegen Massiv und Rap Battle gegen Lars. Durchaus interessante Gedankengänge, aber meiner Meinung nach hätte man das auch in der Hälfte der Zeit machen können, oder? Also 30 Minuten hätten sie auch getan, ne? Aber da trotzdem natürlich hier wieder ein Hörgenuss sondergleichen, diese beiden jungen Männer hier sich gegenseitig fronten zu hören, ne? Schön. Vielen Dank. Vielen Dank.